Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 355 vom 2. November 2023. Und aus dem Berliner Lage-Studio begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich und Philipp Ansel sitzt Ulf gegenüber, ganz herzlich willkommen, erfreut mich, freut uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wie immer ein langes Pad für euch vorbereitet, deswegen in aller Kürze und Knackigkeit ein kurzer Überblick. Die Studie zur elektronischen ID, zum elektronischen Personalausweis, die vor kurzem veröffentlicht wurde, zeigt, da gibt es noch viel Luft nach oben, aber wir haben auch ein positives Beispiel aus der Praxis für euch. Außerdem gibt es erfreuliche und erstaunliche Fortschritte beim Kampf gegen Steuerhinterziehung. Und wir stellen euch ein paar Ideen vor, wie man den knappen Wohnraum, vor allem in deutschen Städten, besser verteilen könnte. Werbung Mit nur ein paar Klicks die eigene Klimaschutzbilanz deutlich verbessern und dauerhaft die Energiewende anschieben, das geht. Ganz einfach mit einem Wechsel zu echtem Ökostrom von Naturstrom. Im Gegensatz zu vielen anderen vorgeblichen Ökostromanbietern kauft Naturstrom die grüne Energie direkt bei Wind- und Solaranlagen sowie Wasserkraftwerken in Deutschland. Kein versteckter Kohlestrom, keine Börsengeschäfte, kein Schmuck. Und außerdem ist im Naturstrom-Tarif ein fester Förderbetrag für erneuerbare Energieanlagen enthalten. Mit jeder Kilowattstunde, die ihr verbraucht, fließt also zusätzliches Geld in die Energiewende. Außerdem bekommt ihr gerade als Neukunden und Neukundinnen auch noch einen Startguthaben von 50 Euro. Unter naturstrom.de-lage könnt ihr jetzt ganz einfach wechseln und schon mal euren ganz persönlichen Kohleausstieg feiern. Also jetzt gleich unter naturstrom.de-lage wechseln, Startguthaben sichern und mitmachen beim Klimaschutz. Unser erstes Thema befasst sich mit einem ziemlich wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das am Dienstag dieser Woche das Licht der Welt erblickte, hätte ich fast gesagt. Es ist, muss man sagen Ulf, eine sensationelle Entscheidung. Ja genau, ich habe mich sehr gefreut über diese Entscheidung, muss ich offen sagen, weil diese Entscheidung nämlich Grundrechte hochhält. Gegenüber einem Gesetz, das für nichtig erklärt wurde, nämlich einem Gesetz, dass das Ergebnis war einer emotionalen Kampagne in einem Einzelfall. Also wenn man das mal so ein bisschen zuspitzen möchte, das ruhige Nachdenken der acht Richterinnen und Richter in Karlsruhe hat sich durchgesetzt. Gegenüber durchaus schrillen Tönen und vermeintlich einfachen Lösungen und zwar einstimmig in wesentlichen Punkten. Es war auch keine parteipolitische Entscheidung, sondern eine einstimmige Entscheidung in den entscheidenden Punkten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut das in diesen Zeiten einfach mal gut. Also es geht um ein Gesetz, das gekippt wurde, das mehrere Gerichtsverfahren erlaubte bei Mordverdacht. Also was war der Anlass für dieses Gesetz, das jetzt für verfassungswidrig erklärt wurde? Es war, du hast es gesagt, ein tragischer Einzelfall, nämlich der Fall Friederike von Möhlmann. Das war eine Schülerin, die 1981 im Alter von 17 Jahren ermordet wurde und damals gab es einen Mordprozess gegen einen Verdächtigen. Dieser Verdächtige, dieser Angeklagte wurde 1983 dann aber freigesprochen und zwar rechtskräftig abschließend, das Verfahren war beendet. Ja, aber der Vater dieses ermordeten Mädchens, Hans von Möhlmann, konnte sich damit nicht abfinden. Menschlich sicher sehr verständlich. Er kämpfte immer weiter für eine Aufklärung dieses Falls und veranlasste dann Jahrzehnte danach eine neue DNA-Untersuchung. Und die kam zu dem Ergebnis, dass die freigesprochene Person möglicherweise doch der Täter sein könnte, weil nämlich DNA-Spuren da gefunden wurden, die auf diese freigesprochene Person hingewiesen haben. So, ein neues Verfahren aber gegen einen freigesprochenen und natürlich dann auch gegen diesen freigesprochenen in diesem konkreten Fall war aber nicht möglich. Und zwar schlicht und ergreifend zum einen, weil das so im Grundgesetz steht. Artikel 103 Absatz 3 sagt, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Genau, und eine mehrfache Verurteilung war es natürlich auch nicht. Aber diese Norm im Grundgesetz wird seit Jahrzehnten immer so ausgelegt, dass mehrmals bestrafen nicht nur bedeutet mehrfache Verurteilung, sondern schon die Durchführung von mehr als einem Strafverfahren. Das ist auch nicht umstritten, also mehrmals bestrafen geht nicht. Und das heißt, auch mehr als ein Strafverfahren darf nicht durchgeführt werden. Und bis 2021 stand das auch so in der sogenannten Strafprozessordnung, kurz STPO. Das ist das Gesetz, das quasi die Spielregeln für das Strafverfahren festlegt. Und da ist die Kurzfassung, für eine Tat darf ein Mensch nur einmal angeklagt werden. Und das war in diesem tragischen Fall passiert. Der Mann war freigesprochen worden, das Verfahren war abgeschlossen. Und ein zweites Mal für diese Tat vor Gericht zu stehen, das war einfach ausgeschlossen, selbst bei neuen Beweisen, die aufgetaucht sind. Ja, und das wollte Hans von Mühlmann, der Vater des Opfers, nicht hinnehmen. Er kämpfte daher, wie gesagt, jahrzehntelang auch für eine Gesetzesänderung, konkret für eine Änderung der Strafprozessordnung. Und diese Änderung des Gesetzes sollte dann ein neues Strafverfahren, ein zweites Strafverfahren gegen die freigesprochene Person ermöglichen. Grundgesetz hin oder her. Hans von Mühlmann startete also eine Kampagne unter der Überschrift Gerechtigkeit für Friederike. Zum Beispiel die Plattform Kempec hat diese Kampagne damals leider auch zugelassen, sogar groß beworben. Und dabei kamen dann über 100.000 Unterschriften zustande. Der Fall schien nämlich tausenden Menschen offenbar glasklar. Ja, das ist ja auch so der erste Impuls. Da gibt es einen Mord an einer Mädchen, minderjährigen Mädchen. Der Mann wird freigesprochen. Und dann gibt es neue Beweise, die zumindest nahelegen, dass wir damit den Täter finden könnten, ihn überführen könnten. Natürlich, so der Impuls, muss das dann nochmal vor Gericht. Ja, irgendwann knickte die GroKo also ein und peitschte es quasi an Friederike-Gesetz noch kurz vor der Wahl 2021 durch den Bundestag. Offiziell trägt es den Titel Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Unter dem machen sie es nicht und maßgeblich vorangetrieben wurde diese Änderung der Strafprozessordnung von Jan-Marco Luschak von der Unionsfraktion. Es war eine Initiative der CDU. Wir haben gesagt, das ist uns als Thema wichtig. So ist das in Koalitionsverträgen. Man verhandelt das am Anfang. Und es gibt immer Themen, die liegen sozusagen mehr bei der einen Seite. Da ist ein größeres Interesse, ein solches Thema durchzusetzen und manchmal ist es mehr auf der anderen Seite. Und das war klar ein Thema, was wir dann auch gesetzt haben, sagte Luschak vor einiger Zeit. Aber damals war eben GroKo und ohne die SPD konnte Jan-Marco Luschak dieses Gesetz auch nicht durchsetzen. Und auf Seiten der SPD sorgte Johannes Fechner dann für eine Mehrheit für das Friederike-Gesetz. Genau, der war damals nämlich für Rechtspolitik zuständig bei der SPD-Fraktion. Und man muss ehrlich sagen, das war auf der Seite seiner Fraktion schon auch ein ziemlicher Alleingang von ihm. Also viele in der Fraktion hatten da jetzt weniger Interesse an dem Thema. Aber das hat ihn irgendwie umgetrieben. Das war dann so ein bisschen sein Projekt, das durchzubauen. Also dieses Friederike-Gesetz hat festgeschrieben, beim Mord und einigen anderen schweren Straftaten darf es ein zweites Strafverfahren geben, wenn... Oder auch ein drittes oder viertes. Oder auch drittes oder viertes. Solange verhandelt werden, genau, wie man will. Solange nur neue Beweise auftauchen. Solange neue Beweise auftauchen. Und das war eben Ergebnis dieses tragischen Mordfalls, wo man gesagt hat, da gibt es neue Beweise, kann kein neues Verfahren geben. Dieses Gesetz hat dann halt vorgesehen, doch bei Mord und einigen anderen schweren Straftaten darf es wiederholte Strafverfahren geben, wenn neue Beweise auftauchen. Und dieses Gesetz wurde nun vom Verfassungsgericht diese Woche als verfassungswidrig kassiert. Das ist gone for good, das gilt einfach nicht mehr. Genau, und viele mögen sich natürlich jetzt wundern, hä, neue Beweise in einem Mordfall? Und dann kann ein Verfahren, auch wenn es abgeschlossen ist, nicht wieder aufgenommen werden? Und da muss man sagen, ja, ganz genau das haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe einstimmig entschieden. Und zwar deswegen, weil, das ist einer der zentralen Gründe, dieses Friederike-Gesetz ein grundrechtsgleiches Recht für bestimmte Fälle umgehen sollte. Nämlich den verfassungsrechtlichen Grundsatz ne bis in idem. Ja, heißt auf Latein heißt das einfach nicht zweimal in derselben Sache. Und auf Deutsch nennt man das den Grundsatz des Doppelbestrafungsverbots. Ja, also was heißt das? Was bedeutet dieser Grundsatz? Keine Doppelbestrafung. Das heißt eben genau, keine zwei Strafverfahren wegen desselben Vorwurfs. Denn normalerweise läuft es ja durch, es gibt einen Verdacht, die Staatsanwaltschaft, die ermittelt. Irgendwann entscheidet sie dann, reichen die Beweise, die wir gesammelt haben, für eine Verurteilung? Wenn nein, dann stellt sie das Verfahren eben ein. Wenn ja, sagt sie hier, liebes Gericht, wir erheben übrigens Anklage. Tja, und dann gibt es im Normalfall dann eine Verhandlung vor einem Strafgericht. In ganz seltenen Einzelfällen verweigert auch das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens, schickt die Akten quasi zurück, weil es sagt, das reicht uns nicht an Tatverdacht. Aber normalerweise gibt es ja dann eine Verhandlung, dann gibt es irgendwann ein Urteil. Eventuell werden noch Rechtsmittel eingelegt. Aber irgendwann ist dann dieses Strafverfahren, das letztlich beruht auf der Anklage der Staatsanwaltschaft, rechtskräftig abgeschlossen. Dann gibt es eben in aller Regel ein Urteil. Und dann ist klar Verurteilung oder eben Freispruch. So, und hier kommt nun dieses Doppelbestrafungsverbot ins Spiel. Das bedeutet, nach einem rechtskräftigen Urteil, das kann ja auch über mehrere Instanzen gegangen sein, aber irgendwann gibt es halt ein rechtskräftiges Urteil, ist Schluss. Wenn ein Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, dann gibt es kein zweites Verfahren, no matter what. Genau, und die Gründe hierfür sind gar nicht mal unbedingt spezifisch für das Strafverfahren. Also es gibt zunächst mal einen Grund, der in allen Verfahrensordnungen gilt. Das ist so der Grundsatz der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist nicht nur darauf angewiesen, dass Gerichtsverfahren durchgeführt werden können, sondern auch darauf, dass diese Verfahren mal irgendwann ein Ende finden. Also ein Verfahren muss auch einen Abschluss haben, sodass also für alle Beteiligten und die Allgemeinheit klar ist, was gilt. Und wenn ein Urteil mal rechtskräftig ist, dann gilt es. Rechtskräftig bedeutet eben gerade Abschluss des Verfahren. Und das Wichtige daran ist, ein rechtskräftiges Urteil hat im Prinzip Bestand, selbst wenn es falsch ist. Es ist quasi eine Abwägungsentscheidung zwischen der Idee, dass man natürlich versucht, ein möglichst richtiges Urteil zu treffen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diesem Grundsatz der Rechtssicherheit. Irgendwann muss mal Klarheit herrschen. Ja, und der zweite Grund für dieses Doppelbestrafungsverbot ist einfach auch der Schutz Unschuldiger. Man muss ja auch diese Regeln für so ein Strafverfahren immer auch aus der Perspektive Unschuldiger denken. Denn es werden ja Unschuldige auch angeklagt. Nicht jeder oder jede, der angeklagt wird, ist halt schuldig. Sondern erst mal gilt die Unschuldsvermutung. Und es gibt eben auch viele Strafverfahren, die mit einem Freispruch enden. Weil man sagt, dieser Mensch ist einfach unschuldig. Genau, das Strafverfahren, das ist ja der Witz dabei. Das ist so ein bisschen der Knoten im Kopf, den man da auflösen muss. Vor einem Strafverfahren weiß man ja noch gar nicht, ob der Mensch schuldig ist. Das Strafverfahren soll ja genau das erst mal herausfinden. Und deswegen muss man die Regeln für dieses Verfahren immer auch denken aus der Perspektive Unschuldiger. Also ist es auch unschuldigen Menschen zuzumuten, das auf sich zu nehmen? Und allgemeiner formuliert ist die Frage, welches Opfer kann man Menschen auferlegen, quasi die unschuldig in die Mühlen der Justiz geraten? Ja, und kann man ihnen dann auferlegen, eventuell ein Leben lang damit rechnen zu müssen, noch mal für dieselbe Sache, für die sie schon einmal freigesprochen wurden, noch mal vor Gericht zu müssen, weil da irgendwelche neuen Beweise aufgetreten sind. Genau, und das Doppelbestrafungsverbot enthält jetzt im Kern die Idee, einmal muss jeder Angeklagte da durch, auch wenn er nichts gemacht hat. Aber nach einem Freispruch hat der Mensch dann auch seine Ruhe. Das ist im Kern die Idee. So, und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht all jenen Recht gegeben, die die Änderung dieser Strafprozessordnung, das dann Ausnahmen vorgesehen hat für dieses Doppelbestrafungsverbot, für verfassungswidrig halten und schon länger übrigens auch hielten. Ich meine, du warst ja auch Sachverständiger bei der Anhörung zu dieser Änderung der Strafprozessordnung. Genau, ich war da als Sachverständiger in der Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages, das vielleicht mal als Disclaimer. Und ich hatte damals schon diese Änderung der Strafprozessordnung kritisiert. Das haben wir ja auch in der Lage mehrfach thematisiert. Und jetzt hat also das Bundesverfassungsgericht das letztlich bestätigt und hat das sogenannte Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit für verfassungswidrig erklärt. Das dient also gerade nicht der Gerechtigkeit und zwar gleich aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der offensichtliche Verstoß gegen das Doppelbestrafungsverbot. Das war eigentlich klar. Das Grundgesetz enthält dieses Verbot, haben wir gesagt. Da darf dann ein Gesetz nicht einfach kommen und sagen, ja, ja, schon, steht zwar im Grundgesetz, aber wir machen hier mal eine Ausnahme. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie sollte das dann überhaupt gehen? Und tja, das ist eben das Ding, nennen wir es mal juristische Kreativität. Keine Regel ohne Ausnahme, hatten SPD und Union letztlich argumentiert. Das ging so in etwa in die Richtung, alle Grundrechte kann man einschränken. Also musste es auch für das Verbot doppelter Strafverfahren gelten. Schließlich gehe es hier um Gerechtigkeit. Nicht umsonst hatten sie das ja sogar in den Titel des Gesetzes geschrieben, Herstellung materieller Gerechtigkeit. Aber dem hat das Bundesverfassungsgericht jetzt mit einer ganz ausführlichen Argumentation eine Absage erteilt. Es lohnt sich gerade für Jurastudierende, das mal nachzulesen. Wir haben jetzt nur mal so den Kernpunkt rausgepickt. So, das Gericht sagt, ja, normalerweise muss abgewogen werden. Hier konkret zwischen dem Vertrauensschutz auf der einen Seite, also Angeklagte sollen wissen, es ist nun vorbei. Es gibt auch einen Rechtsfrieden für die Gesellschaft. Und auf der anderen Seite eben der Wert und das Interesse der Gesellschaft, ein richtiges Urteil zu finden. Dazwischen muss abgewogen werden. Das ist so der Normalfall, gilt auch zum Beispiel im Zivilverfahren oder so, eine Abwägung zwischen Vertrauensschutz und materieller Gerechtigkeit. Aber das Doppelbestrafungsverbot ist gerade davon schon eine Ausnahme. Denn so jedenfalls legt das Bundesverfassungsgericht jetzt das Grundgesetz aus. Hier muss gerade nicht abgewogen werden, sondern dass es kein zweites Strafverfahren für einen Tatvorwurf geben soll. Das ist als solches schon eine Ausnahme von dieser normalen Abwägung. Sonst hätte man das gar nicht reinschreiben müssen. Also diese normale Abwägung, die ergibt sich schon aus dem Rechtsstaatsprinzip Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und das Doppelbestrafungsverbot steht ja noch mal extra drin im Grundgesetz. Und wenn das nicht quasi einfach nur dasselbe bedeuten soll, dann muss es einen stärkeren Gehalt haben. Karlsruhe sagt dazu, dieses extra noch mal normierte Doppelbestrafungsverbot begründet einen besonders starken Vertrauensschutz für rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren. Einmal entschieden ist endgültig entschieden. Und diesem besonderen Vertrauensschutz, so Karlsruhe, komme unbedingter Vorrang vor anderen staatlichen Interessen zu. Denn wenn man das so aufweicht, dann bleibt von dem Verbot Doppelbestrafung nichts übrig. Deswegen, so die Formulierung aus Karlsruhe, gibt es ein abwägungsfestes Verbot der Doppelbestrafung. Da muss also gar nicht abgewogen werden, sondern das gilt halt. Das gilt halt einfach. Das ist der eine Grund, den Karlsruhe angeführt hat, weshalb Sie sagen, dieses Gesetz oder die Änderung der Strafprozessordnung ist verfassungswidrig. Der zweite ist, dass Sie darin auch einen Verstoß gegen das sogenannte Rückwirkungsverbot sehen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, der gerade für Jurastudierende hier unter unseren Hörenden vielleicht ganz interessant ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja seit Jahrzehnten aus dem Rechtsstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz auch ein Verbot von rückwirkenden Gesetzen abgeleitet. Sprich, ein neues Gesetz darf sich nicht auf Taten auswirken, die in der Vergangenheit liegen. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eine solche nach dem Grundgesetz verbotene Rückwirkung? Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet da im Grunde zwei Konstellationen. Da gibt es zum einen die unechte Rückwirkung oder auch die sogenannte tatbestandliche Rückanknüpfung. Da schaut man bei der Beurteilung eines Sachverhalts in die Vergangenheit und ändert da so ein bisschen die Beurteilung. Also ein Gesetz ändert die Beurteilung eines früheren Sachverhalts, aber es sind noch keine Rechtsfolgen eingetreten. Und das ist im Prinzip zulässig. Also so eine unechte Rückwirkung, tatbestandliche Rückanknüpfung, die ist grundsätzlich schon zulässig. Ausnahme im materiellen Strafrecht. Es darf also nicht rückwirkend eine neue Strafbarkeit eingeführt werden. Das steht auch extra im Grundgesetz. Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, also quasi der Absatz vor dem Doppelbestrafungsverbot. Und dann gibt es noch die sogenannte echte Rückwirkung. Und da ist Karlsruhe noch mal deutlich strenger. Das ist diese sogenannte echte Rückwirkung. Und da geht es um die Rückbewirkung von Rechtsfolgen. Das heißt, ein bereits abgeschlossener Sachverhalt wird durch eine Gesetzesänderung plötzlich nicht nur neu bewertet, sondern ganz anders geregelt. Und das ist normalerweise unzulässig, weil eben Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip. Genau, also die zentrale Frage, die man sich immer stellen muss, ist, dieser Sachverhalt, dieser frühe Sachverhalt, sind an den schon endgültig Folgen geknüpft worden? Also war da schon mal eine Beurteilung abgeschlossen? Oder war der Fall quasi noch offen und wird nur ein Fall aus der Vergangenheit jetzt mit einmal anders bewertet, aber eben nicht keine Beurteilung wieder umgekrempelt? Jetzt mal untechnisch formuliert. Wenn man diesen Maßstab jetzt mal anlegt an das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit, dann sagt das Bundesverfassungsgericht, das Gesetz enthält eine echte und damit grundsätzlich verbotene Rückwirkung. Und zwar, weil danach auch Fälle neu verhandelt werden können, die schon vor dem Inkrafttreten der Änderung der Strafprozessordnung rechtskräftig entschieden wurden. Das ist quasi der Kern dieses Gesetzes. Genau das sollte das Gesetz bewirken. Und das geht nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen der Jura-Nerd-Teil. Aber wir haben das mal aufgenommen, weil das, glaube ich, so für mündliche Prüfungen in den nächsten Monaten und Jahren sehr spannend werden könnte. Für Urteile, die nach der Änderung der Strafprozessordnung ergangen sind, könnte man ja argumentieren, okay, dieser Freispruch nach der Änderung der Strafprozessordnung stand ja quasi von vornherein unter dem Vorbehalt, dass neu verhandelt werden kann. Also ich habe damals in der Anhörung im Rechtsausschuss gesagt, an diesen Urteilen, die nach der Änderung ergehen würden, da klebe ja quasi so eine Art Fußnote, okay, das ist ein Freispruch, aber der kann bei neuen Beweisen wieder aufgehoben werden. Daher wäre es in diesen Fällen kein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot, weil die Fußnote ja dran klebt und der Freigesprochene ja wusste, okay, da droht in Extremfällen nochmal ein Wiederaufrag. Ja, aber das ist ja gerade für alte Urteile, die nach altem Recht ja endgültig abgeschlossen, rechtskräftig waren, eine ganz andere Sache. Also da wird ja quasi mit diesem neuen Gesetz ein Fall wieder aufgeschnürt potenziell, der abgeschlossen war. Genau, also an diesen alten Urteilen klebte ja, um mal in diesem Bild zu bleiben, gerade keine Fußnote, die kann wieder aufgeknüpft werden. Die sind ohne Fußnote ergangen, da kann man also so nicht argumentieren. Hier war der Sachverhalt schon einmal endgültig erledigt und soll nun im Nachhinein neu geregelt werden. Und daher verstößt das Gesetz, soweit es auch für alte Urteile gilt, nicht nur gegen das Verbot der Doppelbestrafung, sondern zusätzlich noch gegen das Rückwirkungsverbot, quasi eine echte und damit verbotene Rückwirkung. So, das heißt, Stand heute sind wir wieder bei dem Status quo ante, Doppelbestrafung in Deutschland ist verboten, gibt es nicht. Ein Fall abgeschlossen ist ein Fall abgeschlossen. Egal, was für Beweise danach noch irgendwie auftauchen mögen. Fußnote an der Stelle, es gibt in der Strafprozessordnung schon seit Jahrzehnten Wiederaufnahmegründe. Aber das sind Gründe, die liegen quasi anders. Da geht es quasi um Manipulationen der Gerechtigkeit. Also zum Beispiel, wenn ein Zeuge wegen Mein Eids verurteilt wird. Das heißt also, das alte Urteil an diesem Mein Eid gelitten hat, wenn man so will, dann das ein Beispiel. Oder wenn zum Beispiel ein Freigesprochener ein glaubhaftes Geständnis ablegt, weil ihn das Gewissen plagt, dann kann das auch nochmal aufgerollt werden. Aber das sind ja alles Fälle, wo entweder das alte Urteil an einem Mangel gelitten hat, an einem Verfahrensmangel, oder wo der Freigesprochene quasi freiwillig den Schutz dieses Freispruchs aufgibt, indem er ein Geständnis ablegt. Das sind die Ausnahmen. Das passiert sehr selten. Aber als Grundsatz kann man davon ausgehen, einmal das Verfahren beendet, ist das Verfahren beendet. Ich fand das ja, um da vielleicht einen Strich drunter zu machen, ganz interessant, weil das sich hier so ein bisschen reibt, sage ich mal, an dem allgemeinen Empfinden. Und wir das trotzdem für richtig halten, dieses Urteil. Denn das fühlt sich ja für viele wahrscheinlich impulsiv, emotional erst mal falsch an. Ja, wie bitte das? Ja, ich weiß, das Verfahren ist abgeschlossen. Aber jetzt gibt es hier neue Beweise, die möglicherweise zu einer Verurteilung führen könnten von einem Menschen, der vorher vielleicht freigesprochen war. Wieso soll es da im Gotteswillen nicht nochmal ein neues Strafverfahren geben? Und dieses Ding ist nun ein Musterbeispiel dafür, warum der Staat eben auch von noch so krassen Einzelfällen sich nicht beeinflussen lassen soll. Also man sollte eben tatsächlich keine Anekdoten anführen, um das Gesetz allgemein zu ändern. Also ein Grund ist zum Beispiel, ja, es gibt jetzt neue Beweise. Aber ob der Verdächtige wirklich der Täter ist, weiß niemand. Das darf man nie vergessen. Wenn man über Strafprozessrecht redet, weiß man das nicht. Ja, da haben sich jetzt DNA-Spuren gefunden. Aber wie diese DNA-Spuren an die Kleidung gekommen sind, das weiß niemand. Da gibt es tausend verschiedene Gründe. Beispiel in den letzten 40 Jahren. Man muss sich überlegen, die Sachen liegen da seit 40 Jahren in irgendeiner Asservatenkammer herum. Niemand weiß, wie die konkret aufbewahrt wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, jedenfalls nicht abstrakt im konkreten Fall, kann ich es nicht beurteilen, dass auch DNA-Spuren verschleppt worden sind. Ich habe da in meiner strafgerichtlichen Praxis schon krasse Sachen erlebt, dass, keine Ahnung, an einem Tatort Zigarettenkippen gesichert wurden. Und da hat die Polizei, weil die Tütchen so knapp waren, einfach mal 20 Kippen in dieselbe Tüte geworfen. Und da hat der Typ, der die DNA-Analyse gemacht hat, gesagt, das konnte ich alles wegschmeißen. Ja, weil dann hast du im Prinzip nur noch einen DNA-Cocktail, aber keine DNA-Spur. Und tausend Leute, die an diesem Tatort mal irgendwann eine Zigarette geraucht haben. Genau, das kannst du einfach nichts mehr machen. Also in anderen Worten, das müsste man im konkreten Fall durch Zeugenbeweise sicherstellen. Und nun kann man sich vorstellen, wie belastbar ist eine Zeugenaussage von einem Polizeibeamten, der Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts mal irgendwelche Beweise gesichert hat. Findet man den? Lebt der überhaupt noch? Kann der sich noch erinnern? Genau dasselbe. Wie ist das mit den Menschen, die da in der Asservatenkammer arbeiten? Das waren ja Dutzende, wenn nicht hunderte Polizeibeamte, die für diese Beweise zuständig waren. Wie soll man die alle befragen? Also mit anderen Worten, DNA-Beweise, die haben eine enorme Suggestivkraft. Weil in diesen Ergebnissen immer drinsteht, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Milliarden ist diese Spur von diesen Menschen gesetzt worden. Aber das sagt eben nur, dieses Material stammt von diesen Menschen. Es sagt gerade nicht, wie kam das Material an dieses Beweisstück. Und dazu kommt noch, dass natürlich mit der immer besser werdenden Technik und der in der sensibler werdenden Technik du auch immer mehr Spuren findest. Ja, natürlich. DNA-Spuren. Möglicherweise die des Täters, möglicherweise aber auch von ganz anderen Leuten. Ja, oder nimm dieses Beispiel mit dieser, weißt du, im Fall der NSU-Taten, da hat doch die Polizei nach dem Mord an der Polizeibeamtin Kiesewetter da irgendwo im Südwesten Deutschlands, hat die Polizei doch Monate, wenn nicht jahrelang nach einem Phantom gesucht. Da fanden sich nämlich DNA-Spuren vermeintlich am Tatort. Und dann hat die Polizei nach einem Phantom gesucht. Und irgendwann stellte sich raus, wir haben das Phantom. Das war nämlich eine Frau, die mit dem Verpacken der Probenstäbchen in der Fabrik beschäftigt war. Das heißt, die DNA-Proben waren schon quasi an diesen Wattestäbchen dran, mit denen die Polizei die Untersuchung durchgeführt hat. Also da gibt es einfach tausend Fehler. Und deswegen muss man einfach sagen, DNA-Spuren sind natürlich ein unglaublich wertvolles Beweismittel. Aber sie brauchen immer eine Kontextualisierung durch Zeugen. Du musst immer klären, wie kamen diese Proben zustande. Und deswegen gibt es eine reale Gefahr, dass ein Unschuldiger oder eine Unschuldige eben ein zweites Mal so ein extrem belastendes Strafverfahren durchläuft. Das ist der eine Grund, warum wir das für eine gute Idee halten, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist. Fußnote da dran, mit so langem Zeitablauf steigt einfach generell die Gefahr eines Fehlurteils. Denn wie soll denn dieser Beschuldigte hier oder der Angeklagte gegebenenfalls nach 40 Jahren noch Entlastungszeugen vorbringen? Im konkreten Fall kann ich es nicht einschätzen. Aber stellen wir uns mal vor, der Mensch war stattdessen in der Kneipe. Wie soll ich denn nach 40 Jahren noch einen Alibi-Zeugen aufbieten? Kein Alibi-Zeuge kann nach 40 Jahren sich noch erinnern, dass er an dem Abend in der und der Kneipe mit dem und dem zusammensaß. Also ich könnte das jedenfalls nicht. So, der zweite Grund ist, warum das Verfassungsgericht hier wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen hat. Es gibt ein gesellschaftliches Interesse an Gerechtigkeit. Ja, na klar, wir wollen alle möglichst gerechte und richtige Urteile vor Gericht haben. Und dafür hat der Staat auch jede Menge Macht, Polizei, Staatsanwaltschaft, jede Menge Möglichkeiten zu ermitteln. Aber er hat dafür halt einen Schuss frei. Und der muss sitzen. Und danach, nach diesem einen Schuss und auch mehreren Instanzen und so weiter, muss halt auch mal Schluss sein. Denn sonst türmen sich ja die Verfahren über die Jahre. Sonst ist ja auch ein noch so klares, abgeschlossenes, rechtskräftiges Urteil immer unter dem Vorbehalt, ja, möglicherweise taucht ja noch was auf. Das müssen wir mal hier auf Wiedervorlage halten. Und dann türmen sich bei den Staatsanwaltschaften über Jahrzehnte Verfahren, bis die potenziell Verdächtigen oder bis die Verdächtigen und die potenziellen Täter und Täterinnen dann einfach mal tot sind. Und das Verfahren definitiv wirklich abgeschlossen ist. Ja, also man müsste dann ja tatsächlich 70, 80 Jahre lang diese Verfahren im Grunde immer weiter köcheln lassen. Ein irrer Aufwand für den Staat, zugleich eine irre Belastung für die alle, die mal wegen schwerer Straftaten vor Gericht standen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das macht das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung auch stark, es gibt eben nicht nur dieses Interesse an einer materiell richtigen Entscheidung, es gibt eben auch ein Interesse am Rechtsfrieden, auch wenn das sich im Einzelfall ungerecht anfühlen mag. Das gilt für jede Regel im Strafverfahren. Jede Regel, die die Beweiserhebung begrenzt, kann durchaus auch mal dazu führen, dass eine im Einzelfall falsche Entscheidung getroffen wird. Ein Klassiker wäre auch zum Beispiel das Zeugnisverweigerungsrecht von Ehepartnern. Klassiker, aber das erscheint uns selbstverständlich, dass wir finden, dass nicht ein Ehemann seine Ehefrau belasten muss oder überhaupt gar nicht aussagen muss. Selbst wenn völlig klar ist, dass er sie wahrscheinlich belasten würde und sie die Täterin ist und so weiter und so fort. Nein, der Ehemann oder die Ehefrau muss den Partner nicht belasten. Also wird damit potenziell ein gerechtes und richtiges Urteil verhindert. Genau, und das gilt eben für alle Spielregeln im Strafverfahren. Und ich glaube, auch in diesem Fall ist das richtig, das zu achten. Das Verfassungsgericht sagt immer so schön, es gibt eben keine Wahrheitserforschung um jeden Preis. Wir wollen ein gerechtes Urteil, aber es gibt dafür Spielregeln und irgendwo sind Grenzen. Und hier finde ich es einfach für unseren Rechtsstaat beruhigend zu sehen, dass das Bundesverfassungsgericht sich nicht hat, ich sage jetzt mal untäglich, bequatschen lassen. Ja, Verfassungsgrundsatz, schön und gut. Aber das kann man doch alles irgendwie abwägen und einschränken. Und dass sie es tatsächlich mal geschafft haben, dass ein Verfassungsgrundsatz absolut gilt. Denn sonst wird eben tatsächlich sehr oft abgewogen. Und an ganz vielen Stellen gibt es dann doch immer noch eine Fußnote. Und die gibt es hier mal einmal nicht. Das finde ich persönlich wirklich beruhigend. Denn damit stellt sich Karlsruhe ja durchaus vermutlich auch ein Stück weit so quasi gegen den Mehrheitswillen. Aber jedenfalls gegen die Stammtischforderung. Ja, und es ist ja auch eine Niederlage für die GroKo-Fraktionen von damals Union und SPD. Denn all diese Argumente, die wir jetzt hier mal aufgedröselt haben, die kamen natürlich schon während der Anhörung im Rechtsausschuss damals zur Sprache, also zum Rückwirkungsverbot. Hattest du ja auch was gesagt. Genau, die Unterscheidung zwischen den Urteilen vor und nach der Gesetzesänderung, die hatte ich schon im Rechtsausschuss vorgeschlagen. Ich habe denen gesagt, schreibt halt ins Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung rein. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr das machen wollt, dann macht es nur für neue Urteile. Genau, aber das hätte jedenfalls diesen zweiten Verfassungsverstoß vermieden, den das Verfassungsgericht jetzt festgestellt hat. Aber das wollte die GroKo natürlich nicht. Denn es sollte ja gerade der Fall Friederike von Mühlmann neu aufgeschnürt werden. Und da ist das Urteil nun mal von 1983. Das heißt also, eine solche Regelung, dass das nur für neue Urteile gilt, die hätte in diesem Einzelfall nicht geholfen. Und das hat dann offenbar die GroKo dazu bewogen, quasi diesen zweiten Verfassungsverstoß zu begehen. Und das ist natürlich auch für die Mitglieder des Bundestags kein Ruhmesblatt und keine Erfolgsgeschichte, wenn sie sich halt von so Camp-Act-Umfragen und vor allen Dingen gegen den Rat von Fachleuten nochmal antreiben lassen, so substanzielle Gesetze zu ändern. Ja, das muss man sehen. Wobei man natürlich dann sagen muss, in der Rechtsausschussanhörung haben natürlich schon auch renommierte Juristen so ein bisschen rumgestottert. Und der GroKo ist es schon gelungen, da auch Verfassungsrechts- und Strafrechtsprofessoren dazu zu bringen, relativ steile Thesen zu vertreten. Also das lohnt sich tatsächlich, dieses Protokoll mal nachzulesen. Ich habe das in den Shownotes auch verlinkt. Aber gut, also natürlich findet eine große Koalition aus Union und SPD immer irgendwelche Juristen, waren alles Männer in diesem Fall, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Aber trotzdem glaube ich, hätte man da ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Philipp, du hast es gesagt, Camp-Act-Umfragen sind schlechte Ratgeber. Das war letztlich eine populistische Entscheidung. Und ich persönlich verbinde mit diesem doch sehr klaren Urteil aus Karlsruhe die Hoffnung, dass die Bundesfraktionen insgesamt etwas daraus lernen und im Zweifel sagen, wenn da was im Grundgesetz steht, dann gilt es halt einfach mal. Wir waren ja neulich in der brasilianischen Botschaft zu Gast. Das war ein sehr nettes. Das war sehr nette. Gab keinen großen Anlass, glaube ich. Der Botschafter und seine zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben uns eingeladen zu einem Mittagessen. Und wir dachten, manch, das ist doch mal nett. War doch interessant. Brasilien ist ein tolles Land. Und so oft war ich noch nicht eingeladen in Botschaften in Berlin. War wirklich total nett. Also irgendwie sind die Lage-Fans und haben gesagt, genau. Und das war tatsächlich auch inhaltlich total interessant, weil wir eine Menge darüber gelernt haben, was ich alles nicht wusste, wie funktionieren eigentlich so Gipfel? Wie funktioniert das eigentlich, wenn Olaf Scholz nach Brasilien fliegt? Was wird da so alles im Vorfeld abgestimmt? Interessante Mechanik, fand ich auch. Also da fragt man sich ja immer, ja, ein Gipfel zu XY und was soll das bringen? Aber es gibt halt eine interessante Politmechanik, die fand ich auch. Die funktioniert dann ungefähr so. Ja, sagen wir mal jetzt in dem Fall, weiß ich nicht, ob das bei Scholz war, aber angenommen Scholz sagt, wir wollen jetzt hier da einen Gipfel zu XY in Brasilien machen, mit Brasilien zusammen. Und Brasilien sagt auch, ja, lass uns doch mal einen Gipfel machen. Dann denkt man ja, ein Gipfel. Aber die Mechanik und die Dynamik, die dann eben in Gang kommt, ist, alle wissen, okay, wenn wir diesen Gipfel machen, dann gibt es am Ende eine Pressekonferenz. Und das ist ein irrer Aufwand. Und wir können uns nicht auf diese Pressekonferenz setzen und sagen, oh Mensch, wir haben schön hier einen Kaibi getrunken und Brasilien ist ein geiles Land. Sondern wir brauchen handfeste Ergebnisse. Das muss irgendwas gebracht haben. Und deswegen gibt es dann zur Vorbereitung so eines Gipfels eine Umfrage quasi an alle Ministerien. Liebe Leute, da steht ein Besuch in Brasilien an. Was haben wir denn da so an Kooperationen? Und dann werden alle Ministerien ganz nervös. Und dann gibt es da natürlich tausend Kontakte für alle möglichen Themengebiete. Und dann werden die Ministerien kreativ und überlegen sich, hier, da reden wir schon seit drei Jahren drüber. Wenn wir da jetzt ein bisschen Gas geben, dann könnte da eine Vereinbarung bei rauskommen. Oder wir wollten immer schon mal und jetzt könnten wir das eintüten. Also da kommt so eine Dynamik in Gang, die sehr produktiv sein kann. Wo dann am Ende Projekte angeschoben, mindestens angeschoben, aber vielleicht auch beendet und beschlossen und verkündet werden. Weil irgendwann jemand gesagt hat, wir müssen mal wieder nach Brasilien. Und das fand ich einfach total spannend. Fand interessant. So Besuche sind so eine Art Katalysator für die binationale Zusammenarbeit oder auch multinationale Zusammenarbeit. Das war ein spannendes Erlebnis. Aber Philipp, man muss schon ganz ehrlich sagen, da saßen wir so entspannt beim Mittagessen. Es gab wirklich guten Wein und gutes Essen. Und allerdings auch einen kleinen Dauner. Einen kleinen Dauner. Wir haben natürlich dann auch gefragt, ja, hier, ihr seid Brasilianer, Brasilianerin und so. Ihr kommt jetzt hier nach Deutschland. Wie findet ihr das denn so? Wir haben jetzt auch gerade das Buch geschrieben, da geht es auch um Digitalisierung der Verwaltung und so. Wie ist denn so euer Eindruck von Deutschland? Tja, betretenes diplomatisches Schweigen. Und dann haben wir nachgestochen. Genau, wir haben ein bisschen nachgestochen. Und so furchtbar diplomatisch waren die dann auch nicht. Und der eine Kollege, der eine Angestellte bei der Botschaft sagte dann, guckte uns so groß an, hob die Hände so. Die Banken verschicken hier noch Briefe. Muss ich mehr sagen. Die Banken verschicken Briefe. Also das Entsetzen über den Stand der Digitalisierung in Hürzelande war groß. Und die haben sich auch nicht diplomatisch drum herum geredet. Die haben gesagt, wir sind weiter, alle anderen sind weiter. Ihr hängt da echt hinterher. Und ich war dann neulich deswegen auch noch als Ergänzung mit einer Frau essen, die bei einem großen amerikanischen Technologiekonzern beschäftigt ist hier in Berlin. Und die ist in Osteuropa geboren, hat in vielen unterschiedlichen Ländern gearbeitet. Also Russland, dann im arabischen Raum, europäischen Raum. Also die hat an vier verschiedenen Stellen gearbeitet für diesen Konzern. Und nur ist sie halt in Berlin. Und dann habe ich sie gefragt, und wie ist so? Wie ist so Deutschland? Und sagt sie, ehrlich gesagt, ihr seid ganz schön oldschool. Und ich sage, warum sind wir denn oldschool? Sie sagt, die Banken verschicken Briefe. Ich will ein Konto veröffnen und die Banken verschicken Briefe. Drei Briefe. Ich muss wochenlang auf diese Briefe warten. Tja, und dieser Anachronismus, statt Digitalisierung gilt weiter der Standard DIN A4. Das steht symbolisch für Deutschlands Rückstand bei der Digitalisierung. Und zwar nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Privatwirtschaft. Ja, eine digitale Verwaltung ist natürlich essentiell. Deswegen stand die auch immer so ein bisschen im Zentrum unseres Interesses. Aber ohne, dass die Wirtschaft mit der Verwaltung bei der Digitalisierung zusammenarbeitet, Hand in Hand vorangeht, werden sich wichtige Techniken nicht durchsetzen. Und ein Beispiel für eine solche Technologie, die sich vermutlich ohne eine Kooperation der Behörden mit der Wirtschaft nicht durchsetzen wird. Das ist eben der elektronische Personalausweis, kurz die E-ID. Ja, und darauf weist diese Woche auch eine Umfrage hin. Denn der Personalausweis mit dieser Online-Ausweisfunktion, also dieser E-ID, die kennt kaum jemand. Tata, nur 14 Prozent der Menschen in Deutschland haben die E-ID jemals genutzt. Dabei gibt sie jetzt seit 13 Jahren. Am 1. November 2010 wurde sie eingeführt. Also jetzt, also gestern quasi, wurde sie 13 Jahre alt. Genau, und diese schlechten Werte zur Nutzung der E-ID ergab jetzt eine neue Studie unter dem Titel E-ID-Gedankenstrich 13 Jahre Online-Ausweis. Das sind also Zahlen, die wir jetzt vorstellen, aus dem E-Government Monitor 2023. Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Kanta im Auftrag von D21. D21 wiederum, muss man sagen, ist ein Netzwerk aus rund 140 Unternehmen, Verbänden und Organisationen, die sich deswegen auch der Name D21 auf die Fahnen geschrieben haben, Deutschland digital voranzubringen. Ja, diese Umfrage ist eine Online-Befragung, die im Mai 23 stattfand in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es gab da knapp 10.000 Leute, die befragt wurden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und die Macher, Macherinnen sagen, es sei eine repräsentative Umfrage. Und zwar repräsentativ für die Online-Bevölkerung dieser drei Länder. Also Personen ab 16 Jahren, die das Internet nutzen. Dazu muss man sagen, ich sehe diese ganzen Umfragen mit wachsender Skepsis, frage mich, und da gibt es auch ziemlich viele Hinweise, wie valide die sind. In diesem Fall würde ich jetzt aber sagen, Online-Untersuchungen sind generell zwar irgendwie ein Problem, weil da natürlich nur Leute mitmachen, die halt online eben so mitmachen. Aber in diesem Fall würde ich sagen, könnte da doch ein gewisser Aussagewert drinstecken, weil die allgemeine Bevölkerung höchstwahrscheinlich ja noch weiter vom Internet und weiter von dieser Nutzung der E-ID entfernt ist, als diese Online-Leute. Es gibt ja auch Offliner. Es gibt auch Offliner und die sind hier eben nicht repräsentativ abgebildet. Und deswegen ist klar, die Nutzungszahlen dürften in der allgemeinen Bevölkerung, wenn also jetzt mal alle fragen würde, Onliner und Offliner, im Zweifel noch deutlich geringer ausfallen. Aber gut, die Ergebnisse sind auch so schon schlecht genug für die E-ID. Kleiner Hoffnungsschimmer, die Nutzung der E-ID wächst langsam. Ja, 2021 hatten 9 Prozent, also noch nicht mal jeder zehnte Mensch, die E-ID schon mal genutzt, 2022 waren es dann 10, 2023 immerhin 14 Prozent. Mutmaßlich hat das ein bisschen was zu tun mit dieser 200-Euro-Prämie für Studierende, was dazu geführt, das sieht man auch an den Zahlen, wenn man die mal so nach Altersgruppen aufschlüsselt. Vor allem bei sehr jungen Menschen hat es da eben so einen kleinen Boom gegeben. Aber es bleibt dabei, über alle Altersgruppen sagen auf die Frage, ob sie die E-ID schon mal genutzt hätten, nur 14 Prozent ja, 16 Prozent sagen nein. Und krass, 70 Prozent, also drei Viertel rund, sagen E-ID, was soll das denn sein? Spannend ist vor allem die Frage, warum die Menschen die E-ID nicht nutzen. Und die Frage war, warum nicht genutzt? Das waren dann 1200 Leute, die da noch drauf geantwortet haben. Warum nutzt du das nicht? Und da sagen 38 Prozent, ich kenne einfach keine Anwendung. 21 Prozent sagen, es gibt keinen Vorteil. Und 17 Prozent sagen, ist mir zu kompliziert. Das muss man sich mal überlegen. 70 Prozent wissen überhaupt nicht, was das sein soll. Und von denen, die sagen, kenne ich, aber habe ich nicht genutzt, sagen dann wieder 38 Prozent, fast die Hälfte. Sie wissen nicht, wozu das Ganze überhaupt gut sein soll. Und das zeigt, es gibt einfach ein ganz massives Problem dabei, den individuellen Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten überhaupt nur kennenzulernen. Ja, klar, die Technik wird als kompliziert wahrgenommen. Aber vor allem fehlt es an reizvollen Anwendungen. Und wenn man das Problem lösen will, muss man einfach sagen, die Menschen haben viel mehr mit Unternehmen zu tun als mit Behörden. Denn wie oft meldet man sich um? Wie oft braucht man neuen Personalausweis? Klar, ist geil, wenn das online funktioniert. Ist aber ein relativ seltener Anwendungsfall im Vergleich zu zum Beispiel, wie oft möchte man online eine Überweisung vornehmen bei seiner Bank? Oder wie oft möchte man eine Versicherung abschließen? Ja, Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin dieser Initiative D21, die sagt dementsprechend dann auch, einen entscheidenden Hebel stellt die Einbindung in der Wirtschaft dar. Wo der Online-Ausweis eine neutrale und sichere Identifikationsmöglichkeit bieten kann. Dafür muss die Integration für Unternehmen aber leichter umsetzbar sein. Dies führt zu einer höheren Alltagsrelevanz des Online-Ausweises und damit wahrscheinlich auch zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich habe das zu Hause zuletzt erlebt. Mein Sohn hat sich ein Konto geklickt, auch weil dort stand, geht mit der E-ID. Hat er gedacht, super, geht dann ja wahrscheinlich schnell. Und ja, da spielte die E-ID in diesem Prozess auch irgendwie eine Rolle. Aber ich wurde schon skeptisch, als der erste Schritt war, dass er all seine Daten per Hand in so ein Webformular eingeben muss. Wo ich schon dachte, ja, aber wo kommt denn dann die E-ID? Da steht doch alles drin. Kann man doch einfach auslesen. Kann man doch einfach auslesen. So, dann kam irgendwann später im nächsten Schritt die E-ID. Aber auch nur mittels einer App von so einem komischen Drittanbieter. Da wurde dann zwar die E-ID per NFC ausgelesen, aber er musste trotzdem noch mal ein Foto von seinem Paso machen und hochladen. Und trotzdem war dann das Konto nicht sofort eröffnet, sondern er musste trotzdem wieder auf diese Briefe von der Bank warten. Tja, das ist doch alles völlig absurd. Und ehrlich gesagt hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dein Sohn da verschaukelt worden ist von der Bank. Ja, irgendwie war da schon die E-ID im Spiel, aber doch völlig ohne Mehrwert. Das Potenzial der E-ID blieb völlig ungenutzt. Und das fand ich so ein bisschen schade, denn eigentlich wäre das ja alles über die E-ID alleine abzuwickeln gewesen. Du hast es gesagt, Philipp, da sind ja alle Daten drauf, die so eine Bank braucht für die Anmeldung. Und dass grundsätzlich aber die Einbindung von Banken ein ganz zentraler Hebel ist, das hat uns ja bei unseren Recherchen für diese Digitalisierung Sonderfolgen vor anderthalb Jahren auch der Gesprächspartner aus Dänemark gesagt. Wie hieß der nochmal, Philipp? Lars Frelle Pedersen. Der schönste Name der Welt. Lars Frelle Pedersen. Der war ja Staatssekretär in Dänemark. Der war für diese Digitalisierung da zuständig. Ja, und der hat ja auch gesagt, dass mit der E-ID in Dänemark, das hat am Anfang nicht so richtig gezündet, bis sie die Banken an Bord geholt haben. Bevor es jetzt weitergeht, muss man der Ausgewogenheit halber sagen, diese Kontoeröffnung mit der angeblichen E-ID war bei einer Sparkasse. Jetzt machen wir weiter. Es gibt aber auch Fortschritte in Richtung E-ID und auch die gibt es bei der Sparkasse. Ganz langsam bewegt sich nämlich wirklich was zu einer konsequenten Nutzung dieses Online-Ausweises. Eine allererste Pilotsparkasse, die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, setzt jetzt nämlich ganz auf E-ID. Also ohne Fotos, ohne weiteren Drittanbieter. Da gibt es jetzt den sogenannten Giro-Booster. Und da sollen eben, wir haben das nicht überprüft, das ist das, was Sie uns erzählen. Das gibt ein Video, das haben wir auch verlinkt, also das scheint schon zu funktionieren. Also erstens sollen da eben alle Daten aus diesem elektronischen Personalausweis ausgelesen werden. Man muss da also nichts mehr selber eintippen. Erstens. Zweitens, es wird keine Ausweiskopie, also kein Foto angefertigt und dann hochgeladen. Die Identifikation sei somit sowohl kompatibel mit dem deutschen Geldwäschegesetz als auch mit der Datenschutz-Grundverordnung. Drittens. Das ist der Burner eigentlich. Das ist jetzt wirklich der Game Changer. Der Game Changer für alle, die sich bisher über Briefe beschwert haben. Der Kunde, die Kundin bekommt die Zugangsdaten sofort im Anschluss an die Kontoeröffnung, vollständig digital, keine Zugangsdaten mehr per Post. Und das klingt alles banal, aber ich fand halt an diesen Äußerungen von diesen Leuten, von dem Brasilianer und meiner Gesprächspartnerin aus dem Tech-Konzern, was für eine Wirkung diese an sich symbolischen kleinen Prozesse haben. Du kommst in ein Land, du machst ein Konto auf, du wartest drei Wochen auf Briefe. Das prägt die Wahrnehmung dessen, was hier passiert. So dermaßen. Und auch bei jungen Leuten, bei meinem Sohn prägt das die Wahrnehmung von Dienstleistungen im Staat, aber auch von der Privatwirtschaft extrem. Ja klar, und das behindert alle Prozesse. Ein Freund von mir hat für seine Firma vor ein paar Wochen eine Wohnung gekauft. Verträge geschlossen im Mai, Eintragung ins Grundbuch nach dem ganzen Zirkus mit der Finanzierung irgendwann im September. Und dann war die Idee, da richte ich doch mal für diese Wohnung ein neues Girokonto ein. Dann habe ich die Mietzahlung von den sonstigen Firmenzahlungen so ein bisschen getrennt. Kann ich ein bisschen gucken, was kommt rein, was kostet die Wohnung. Ja, das ist bis heute nicht eingerichtet. Das ist im September irgendwie beantragt. Bis heute hat er keine IBAN und die Mieterin in dieser Wohnung, das ist eine vermietete Wohnung, die er da gekauft hat. Die Mieterin macht ihm jetzt die Hölle heiß, was soll ich denn mit meiner Miete machen? Die sitzt jetzt auf zwei, drei Monatsmieten und weiß nicht, wohin damit. Die hat jetzt schon einen Brief geschrieben, soll ich die beim Amtsgericht hinterlegen? Alles nur, weil es so komplex ist, in Deutschland ein Konto zu klicken. Und das muss man doch sagen, das wäre doch viel geiler gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, okay, ich brauche ein neues Girokonto. Ausweis, zack, 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 halbe Stunde später hätte er der Mieterin schreiben können, bitte folgende IBAN. Ja, das ist natürlich aus Datenschutzsicht super, weil es einfach auskommt ohne weitere Dienstleister. Du hast mit der Bank zu tun und mit der Bank und zwar nur mit der Bank und nicht noch mit irgendwelchen Video-Dienstleistern, auch nicht mit irgendwelchen anderen Dienstleistern, sondern einfach nur mit der Bank. Da soll die Daten ja auch hin, denn mit der Bank will man ja einen Vertrag schließen. Aber man muss halt sehen, um so einen Service, also eine direkte Einbindung des Online-Ausweises anbieten zu können, muss man schon über so ein paar Hürden hüpfen. Die Bank muss sich direkt mit der Tochter der Bundesdruckerei auseinandersetzen, die eben für diese Online-Ausweise zuständig ist. Das ist immer noch mega komplex, langwierig und vor allem, es ist analog. Ja, ein Insider schreibt uns, das Projekt war sowohl technisch als auch juristisch durchaus eine Herausforderung. Der Grund, viele einschlägige Regelungen seien analog formuliert und verlangen eben direkt oder indirekt Kopien oder Unterlagen in Papierformen. Das war jetzt der Insider da aus der Ecke der Sparkassen, der uns das mitgeteilt hat. Sie haben da also richtig zaubern müssen, um die EID direkt einzubinden und haben da auch wohl eine Menge an Vermerken schreiben müssen, wie das sich irgendwie mit der geltenden Rechtslage vereinbaren lässt. Aber die gute Nachricht ist, es hat funktioniert, bei dieser einen Mustersparkasse kann man das jetzt, das Video finde ich, ist also wirklich für deutsche Verhältnisse beeindruckend. In 90 Sekunden hast du da dein Konto geklickt. Ja, und da kann man sich natürlich fragen, wir haben das auch vorher ein bisschen diskutiert, sagen wir mal, sollen wir das so machen, sollen wir die Sparkasse nennen, nicht nennen, ist das nicht zu werbend? Und da muss man erst mal sagen, vorweg, natürlich bekommen wir kein Geld, keine Gegenleistung, kein gar nichts, Werbung gibt es bei uns zwischen diesen beiden Trennern. Und sonst halt gar nicht. Wir hatten bei denen recherchiert, ich habe mich vor einem Jahr etwa mit denen mal zum Mittagessen getroffen, aber selbstverständlich selbst bezahlt, die haben nicht mal das Essen bezahlt. Und natürlich hat das womöglich auch einen werbenden Effekt, wobei ich halt auch sagen muss, mein Sohn hat eben auch bei einer Sparkasse versuchen. Und da hat es nicht funktioniert. Und das war halt ein totaler Reinfall und man fühlt sich, echt gesagt, ein bisschen verschaukelt. Insofern kommen da, glaube ich, beide Varianten einer Kontoeröffnung bei dieser Bank durchaus zur Geltung. Aber bei einer anderen Sparkasse. Aber wir haben es halt trotzdem reingenommen, weil wir natürlich über dieses Thema oft berichtet haben und wir haben natürlich die Banken, auch die Sparkassen, aber auch andere Banken immer kritisiert, weil sie das halt so analog machen und wir dachten halt, na, wenn es denn jetzt schon mal einen Fortschritt gibt, dann ist das auch journalistisch gerechtfertigt, darüber zu berichten. Das soll sich für die ja auch irgendwie lohnen, denn mal ganz ehrlich, sowas muss man ja auch immer dann im Unternehmen rechtfertigen. Die hatten ja natürlich auch Kosten für diese Einwilligung der EID, das müssen die in ihrem Vorstand irgendwie rechtfertigen. Und da finde ich schon, ehrlich gesagt, kann man denen auch mal den Rücken stärken. So, und da muss man natürlich zusagen, um mal so ein bisschen kleinen Anspornen zu setzen hier. Ja, Kontoeröffnung mit EID ist nice, aber das Nächste ist natürlich, dass dieser ganze Pin- und Tan-Dreck wegfallen muss. Absolut, genau. Dass man einfach sagt, hier, ich will überweisen, zack, womöglich noch den Ausweis auf dem Chip im Telefon, dass du nicht mal mal deinen Ausweis rausholen musst. Aber das liegt jetzt nicht allein an den Banken. Im Gegenteil, das kann nur der Bund enden. Aber dass du einfach deinen Ausweis daran hältst und überweist und fertig. Genau, das würde bedeuten, einloggen, überweisen beim Konto, alles mit dem Personalausweis. Dass man bräuchte, überlegt euch das, man bräuchte keine Pin und Tan mehr. Und vor allem diese ganzen Secure-Schrott-Apps könnte man von seinem Handy löschen. Also das würde meine persönliche Lebensqualität schon deutlich steigern. Einige von euch werden das ja mitbekommen haben. Uif und ich, wir beide haben ein Buch geschrieben, nennt sich Baustellen der Nation. Und wir dachten, wir geben euch mal so einen kurzen Einblick hinter die Kulissen, weil da schon auch Fragen kamen. Und das haben wir auch gemerkt bei den paar Lesungen, die wir gemacht haben, dass da durchaus Interesse besteht, wie so ein Buch eigentlich entsteht. Man könnte jetzt ein bisschen mit dicker Hose argumentieren, wie so ein Spiegel-Bestseller denn entsteht. Ja, es gibt tatsächlich gute Nachrichten von unserem Buch, denn die erste Auflage ist inzwischen fast komplett ausgeliefert. Da liegen einfach nur noch einige wenige Bücher überhaupt im Lager bei unserem Verlag. Und wir wollen natürlich eine zweite Auflage schaffen. Also insofern wäre das natürlich klasse, wenn ihr euch noch so ein Buch shoppt. Und wir dachten, außerdem steht ja auch Weihnachten vor der Tür. Und so ein Lagebuch könnte ja auch ein ganz gutes Geschenk sein. Also insofern gute Gelegenheit jetzt zuzuschlagen, ehe das Lagebuch eventuell dann irgendwann auch mal wenigstens zeitweise vergriffen ist. Wäre ja blöd, wenn ihr spontan auch ein Geschenk braucht und es gibt gerade nicht mehr die Baustellen der Nation zu kaufen. Findet ihr unter lage.link.buch oder lage.link.hörbuch dementsprechend auch. Ja, blickern die Kulissen, das war ja auch für uns so ein bisschen Neuland. So ein Buch schreiben, das ganze Verlagswesen. Wir haben eine Menge gelernt und machten vielleicht, na, gibt es ja auch bei euch ein bisschen Interesse daran. Sei es jetzt so ganz generell oder sei es, weil ihr vielleicht auch selber überlegt, so was mal zu machen. Also wie fing das eigentlich an? Das ist eine Frage, die wir jetzt auch bei unseren Lesungen immer gehört haben. Wir haben ja jetzt gerade, ich glaube, vier, fünf Mal in verschiedenen Städten Deutschlands auf der Bühne so ein bisschen was von unserem Buch erzählt, aus unserem Buch gelesen. Angefangen hat es eigentlich damit, dass wir doch eine ganze Reihe von Anfragen bekommen haben von Verlagen und zum Schluss auch von einer Literaturagentur. Wollt ihr nicht mal ein Buch schreiben? Ihr könnt doch gut Dinge erklären. Das könnte doch sich auch eignen für ein Buch. Und wir waren da am Anfang, muss man sagen, sehr zurückhaltend, haben eher gesagt, wir wollen die Lage machen und jetzt auch nicht noch ein anderes Projekt. Aber dann hat die Agentur von Elisabeth Ruge, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, uns letztlich ein ganz gutes Konzept entwickelt, wie das klappen könnte. Genau, und dann haben wir uns entschieden, wir machen das jetzt. Und der erste Schritt war dann gemeinsam mit Elisabeth Ruge und ihren Mitarbeiterinnen so eine Art Brainstorming. Ja, dann ging es natürlich um die Struktur des Buchs, was soll drinstehen? Vor allen Dingen natürlich, wenn es den Baustellen der Nationen heißt, welche Kapitel sollen es sein? Wir haben da ein bisschen zu, auch was gesagt in der Einleitung, wie wir dazugekommen sind, nun ausgerechnet diese acht, achteinhalb aus den 1170 Millionen Baustellen in Deutschland auszuwählen. Denn sie stehen halt, sollen ein bisschen stehen, so repräsentativ für ganz viele Probleme. Ich hoffe, das ist uns auch gelungen. Aber dann gab es natürlich da viel Diskussion, welche nehmen wir rein, welche nehmen wir nicht rein und so weiter. Dann stand das irgendwann und Ulf und mir war klar, das können wir unmöglich nebenher so machen. Heute mal eine Stunde schreiben, morgen mal eine Stunde schreiben. Nein, da muss man den Kopf wirklich frei haben. Und deswegen haben wir sogenannte Retreats gemacht. Also auf Deutsch, wir sind irgendwo aufs Land gefahren, manchmal ein paar Tage, manchmal eine knappe Woche. Und haben dann tatsächlich während dieser Phase auch konsequent am Buch gearbeitet. Und das sah zunächst mal so aus, dass wir zu jedem dieser Kapitel einen Google-Doc geschrieben haben. Also quasi eine Gliederung mit ganz vielen Stichworten. Das waren dann unterm Strich so 15, 20 Seiten. Also etwa so viel Vorbereitung für so ein Kapitel, wie wir das sonst machen, für eine komplette Lagefolge. Genau, und als dann irgendwann so die Inhalte standen, dann hatten wir so eine Schreibhilfe. Die hat aus so dieser Recherche einen allerersten groben Textentwurf gemacht. Richtig, einfach damit wir nicht vor dem weißen Blatt Papier saßen und den Kopf frei hatten in der Zwischenzeit. Und irgendwann kamen dann halt so Textentwürfe zurück. Dann war da zumindest schon mal was formuliert. Das haben wir dann ausgedönt gekürzt, völlig umgeschrieben. Da steht also nichts mehr so von im Buch, wie das da mal kam. Aber es war halt der Vorteil, dass wir da nicht bei null anfangen mussten und vor diesem weißen Blatt saß. Für mich war so ein bisschen so ein Pain-Point, dass es dann ab dann auch in Word-Dokumenten weiterging. Das hat mich dann schon ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben dann pro Kapitel da irgendwie 10, 15, weiß ich manchmal auch 20 Versionen mittlerweile liegen. Von redigiert 1, 2, 3, Faktchecker 4, 5, 6. Dass das nicht alles im Google-Doc abgelaufen ist, das hat mich zwischendurch so ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen. Aber ich glaube, das passt einfach nicht in den Workflow des Verlags. Und ganz ehrlich, so ein Dokument online, an dem dann alle stricken, das setzt eine enorme Disziplin voraus. Da muss dann halt jeder wirklich konsequent das umsetzen, was die andere Person gemacht hat. Also man hat schon so ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie diese Arbeit funktioniert, wenn man diese Word-Dateien hin und her schickt. Man muss natürlich auch da diszipliniert sein, muss damit man kein Versionschaos anrichtet. Na, wie dem auch sei, also was ich jedenfalls wichtig fand, ist, dass wir uns diese Texte wirklich zu eigen gemacht haben. Wie gesagt, da kamen so allererste Textentwürfe, aber das war einfach noch nicht unser Buch, so kann man glaube ich sagen. Das war zwar unsere Recherche und das war inhaltlich irgendwie so ein bisschen das, was wir uns überlegt hatten, aber eben auch nur irgendwie. Aber trotzdem, es war eine Hilfe, aber wir mussten diese Texte nochmal total überarbeiten. Aber das war auch ein wertvoller Prozess, weil es dadurch, finde ich, unterm Strich zu unserem Buch geworden ist. So, und dann hatten wir dann halt irgendwann die Kapitel fertig und dann haben die natürlich jeweils Ulf und ich jeweils gelesen, haben darüber geredet, nochmal gegengelesen, nochmal variiert, nochmal gekürzt, nochmal hm. Und dann haben, ich glaube, fast alle Kapitel einem Factchecker, einer Factcheckerin. Nicht alle, aber die meisten. Die meisten vorgelegt, die wir auch selber bezahlt haben und die ist einfach nochmal durchgegangen, hat halt Fakten gecheckt, so wie man das halt macht. Außerdem muss natürlich Fußnoten gemacht werden und korrigiert werden und eingefügt werden und auch gecheckt werden. Das hat dann Maren Fußwinkel für uns viel erledigt hier bei uns in der Redaktion, die wir auch kurz vorher angestellt hatten. Dann gingen die ganzen Texte zum Lektorat in den Verlag, kamen halt mit Anmerkungen zurück. Dann haben wir das eingearbeitet, nochmal Anmerkungen gehabt, dann kam das nochmal zurück. Dann dachten wir eigentlich, das wäre alles fertig. Dann gab es noch ein zweites Lektorat für manche überraschend. Aber das hat dem Buch natürlich auch sehr, sehr gut getan, wo dann auch nochmal viele Sachen verändert wurden. Das muss man schon sagen, da ist in diesem zweiten Durchgang das Buch nochmal ganz schön umgekrempelt worden. Das lag an so einem Personalwechsel auf Seiten des Verlages. Aber wie gesagt, das hat dem Buch gut getan, weil dadurch einfach ganz unterschiedliche Blicke auf diese Kapitel geworfen wurden. Richtig. Und dann haben wir noch ganz bis zum Schluss irgendwie so aktualisiert, Zahlen aktualisiert. Da war dann irgendwann aber auch Schluss und dann kam halt die erste Fahne, wie das so heißt. Also das ist das gesetzte Buch als PDF, so dass man das als PDF eben auch ausdrucken und lesen kann. Sieht aus wie ein Buch, ist halt ein PDF. Da bist du dann einmal durchgegangen, hast deine ganzen Anmerkungen daran gemacht. Genau. Und genau, ich habe das im ersten Durchgang gemacht und dann hat der Verlag das eingearbeitet. Dann hast du das im zweiten Teil nochmal gelesen. Genau. Ihr könnt euch schon vorstellen, wir wollen euch jetzt ja auch gar nicht langweilen mit diesen verschiedenen Schleifen. Aber es ist tatsächlich so, von der Recherche bis zu dem, was ihr letztlich mit dem Buch Baustellen der Nation in der Hand haltet, ist dieser Text einfach unfassbar oft durchgearbeitet worden. Und das ist auch das, was ihn unterscheidet von den Lagefolgen. War auch so eine Frage auf einer Lesung zum Beispiel, was bringt denn dieses Buch noch für Leute, die schon die Lage hören? Und da würde ich sagen, wahnsinnig viel, selbst wenn ihr vielleicht das ein oder andere Beispiel, das wir in diesem Buch zitieren, schon mal in der Lage gehört habt. Es ist einfach was anderes, wenn man über einen Text, über eine Analyse oder auch über Lösungsvorschläge über ein Jahr, anderthalb Jahre immer wieder nachdenkt. Wenn man diesen Text immer wieder neu ist. Wir geben uns ja jede Woche extrem viel Mühe, dass alles stimmt. Und wir bekommen ja von euch auch das Feedback, dass ihr die Lage gerne und mit Gewinn hört. Aber trotzdem würde ich denken, ist das noch mal eine ganz andere Qualität des Nachdenkens, wenn so ein Buch wie ein guter Rotwein einfach anderthalb Jahre reift. Denn diese Überlegungen haben dann einfach schon, würde ich denken, noch mal ein anderes analytisches Niveau. Ja, für mich ein Learning war so ein bisschen dann auch, wie werden solche Bücher eigentlich verkauft? Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Bestenlisten oder der Spiegelbestenliste im konkreten Fall? Und da besteht einfach die Kunst offensichtlich darin, den Verkauf regelmäßig und gleichmäßig über die Wochen zu verteilen. Also dass man nicht, wenn man sagt, hier bestellt schon mal vor, dass dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, 60.000 Leute die Vorbestellung machen. Dann geht das Buch in den Handel. Dann werden diese 60.000 Vorbestellungen in der ersten Woche für diese Bestenliste verbucht. Und in der zweiten Woche bestellt dann niemand mehr und du bist irgendwie auf dem letzten Platz, weil niemand mehr dein Buch kauft. Genau, denn das ist der Witz. Diese Bestenlisten haben tatsächlich immer den Bezugszeitraum sieben Tage. Da geht nur ein, was du in diesen sieben Tagen verkaufst. Das heißt, wenn du quasi zu viele Vorbestellungen hast, wirst du vielleicht in der ersten Woche total durchstarten. Aber dann fällt sie wieder raus. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch in den Bestsellerlisten. Wir gucken da natürlich jetzt immer mal so ein bisschen rein. Da gab es auch jetzt vor ein paar Wochen Neuerscheinungen, die sind schon wieder quasi vergessen. Die hatten offensichtlich ein riesen Strohfeuer entfacht. Aber jetzt sind sie dann eben nicht mehr so relevant und fallen dann gleich schnell aus der Liste raus. Also für uns war quasi die Herausforderung, wir mussten natürlich Werbung machen für das Buch. Wir wollten ja gerne, dass zum Beispiel die Buchhandlungen uns auch im Regal haben. Aber wir durften auch nicht zu viel Werbung machen, weil dann möglicherweise auch die Baustellen der Nation so ein Strohfeuer gewesen wären. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja gerne, dass das Buch regelmäßig und gleichmäßig sichtbar in diesen Bestsellerlisten drinsteht. Genau und diese Bestliste vom Spiegel, die berechnet sich halt aufgrund der Verkaufszahlen des Buchs im Handel, aber auch natürlich stationär wie auch online. Und diese Zahlen werden dann montags ermittelt und übertragen, allerdings nicht an die Öffentlichkeit, sondern erst an die Branche quasi. Und da muss man glaube ich auch so 700 Euro irgendwas zahlen, um dieses Abo regelmäßig zu bekommen. Und am Donnerstag wird das Ding dann im Spiegel aktualisiert für die breite Öffentlichkeit. Insofern ist die Branche sozusagen schon am Montag informiert, wie denn die Liste am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert wird. Das war eigentlich so mit das Interessante und ja, Punkt. Und wir sind ehrlich gesagt total glücklich, dass diese Idee, ja bisschen Werbung, aber nicht zu viel Werbung am Anfang, sondern ein bisschen gleichmäßiger, dass das aufgegangen ist. Wir sind jetzt irgendwie in der fünften, sechsten Woche immer noch gut in dieser Bestsellerliste drin. Das freut uns natürlich und wie gesagt, deswegen sind jetzt so langsam aber sicher die Lagerbestände für die erste Auflage vergriffen. Und natürlich muss man ganz ehrlich sagen, wir freuen uns, wenn ihr das Buch kauft, entweder für euch selber oder auch, um es zu verschenken. Wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Warum? Weniger des Geldes wegen. Sondern wir haben dieses Buch ja nicht geschrieben, um Geld zu verdienen primär, sondern wir möchten mit diesem Buch einen Beitrag zum demokratischen Diskurs in Deutschland leisten. Wir möchten auf Themen hinweisen, von denen wir denken, dass sie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also alle reden über Migration, dies, jenes, aber zum Beispiel viel zu wenig Leute reden darüber, was in unseren Schulen besser werden müsste, dass die Infrastruktur in Deutschland zerbröselt. Und ich glaube auch viel zu wenig bekannt sind die Möglichkeiten, wie man diese Probleme lösen könnte. Das ist ja überhaupt kein Doomsday-Szenario, dieses Buch. Wir schreiben eben gerade nicht, wir sind alle verloren, sondern wir schreiben, was konkret passieren könnte. Und deswegen freuen wir uns eben einfach, wenn das Buch Leute erreicht. Ja, und vielleicht ist das ja auch was für eure Verwandten, Freunde, denen ihr mal von der Lage erzählt habt, die aber selber Podcasts nicht hören, einfach weil das nicht ihr Medium ist und sie lieber lesen. Und da wäre vielleicht, könnte vielleicht das Buch ja ein guter Einstieg sein. Ihr findet das Buch zum Kaufen unter lage.link. Oder als Hörbuch lage.link. Habt ihr schon mal ein bestimmtes Produkt gegoogelt und dann anschließend über Wochen hinweg Werbeanzeigen davon gesehen auf Social Media oder auch in eurem Browser? Das habt ihr dem Tracking zu verdanken. Das heißt, Suchmaschinen, Webseiten und Internetanbieter verfolgen eure Online-Aktivitäten. Und diese Daten können dann jahrelang gespeichert und eben auch an Werbetreibende verkauft werden, um Profile von euch zu erstellen. Oder sie können halt auch durch ein Datenleck verloren gehen. Um das Tracking zu verringern, könnt ihr aber einfach NordVPN auf euren Geräten aktivieren. So verschlüsselt ihr den Datenverkehr und verbergt eure IP-Adresse. Die Verbindung über VPN macht es also schwerer, euch zu überwachen. Darüber hinaus blockiert der integrierte Bedrohungsschutz Web-Tracker auch noch proaktiv. Wenn ihr jetzt geht zu nordvpn.com-lage, könnt ihr NordVPNs Zwei-Jahres-Paket erhalten mit einem Rabatt und vier Bonusmonaten. Es ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN. Den Link dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Zu unserem nächsten Thema und das ist der internationale Kampf gegen Steuerhinterziehung und andere Steuertricks, Philipp. Das ist so ein Bereich, da gibt es, wenn man ehrlich ist, gute und schlechte Nachrichten. Und da ist in der vergangenen Woche, glaube ich, oder vor zehn Tagen eine neue Studie bekannt geworden, die zeigt, in manchen Bereichen geht es voran, verbessert sich die Finanzierung der Staaten der Welt, aber in anderen Bereichen klappt das auch weniger. Ja, das fand ich halt auch interessant, das ist halt so eins dieser Themen, wo du denkst, um Gottes Willen, wie soll man das jemals bekämpfen, das geht doch nie, da wird doch nie was passieren. Und, das zeigt diese Studie, doch, man kann was machen, auch wenn natürlich nicht alles super ist, aber es geht schon deutlich voran. Also worum geht es? Steuerhinterziehung verursacht nach wie vor gigantische Schäden, nämlich 125 Milliarden Euro pro Jahr. Das schätzt eine Studie aus dem Jahr 2019, erstellt an der University of London, allein in Deutschland. Allein in Deutschland. 125 Milliarden. Genau, die hat also verschiedene Länder betrachtet, aber für Deutschland alleine kommt sie auf diese gigantische Summe. Und da muss man sagen, gegen Steuerhinterziehung passiert bisher relativ wenig. Steuerhinterziehung ist halt für Finanzbehörden, für Staatsanwalten viel schwerer zu ermitteln als beispielsweise Betrug beim Bürgergeld. Deswegen werden arme Menschen, die beim Flaschensammeln nicht Buch führen und ihre 10 Euro Pfandeinnahmen nicht beim Bürgergeld anmelden, oft verurteilt. Weil sie eigentlich sich das anrechnen lassen müssten. Die TäterInnen in Nadelstreifen hingegen, die einfach nur die eine Million hier und da nicht angeben bei der Steuererklärung, bleiben meist nicht immer unerkannt. So kommen eben diese gigantischen Schäden von 125 Milliarden zusammen. Wer sich dafür Details interessiert, der Journalist Roden Steinke von der Süddeutschen Zeitung hat ein Buch geschrieben. Den hatten wir deswegen auch schon mal zu Gast in der Lage unter dem Titel Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Und der beschreibt eben diese sehr unterschiedliche Verfolgungsintensität von Kleinkriminalität und besonders komplexen Wirtschaftsstraftaten. Ja, und das lässt sich auch mit Zahlen untermauern. Also so lagen die Steuerausfälle durch Steuerhinterziehung, die auch zu einer Verurteilung führten. Im Jahr 2020 bei 1,25 Milliarden Euro, so die Auskunft des Bundesministeriums für Finanzen an Mitglieder des Bundestags. Der gesamte Schaden wird hingegen in einer Studie, wie gesagt, oben 2019 University of London allein in Deutschland auf 125 Milliarden geschätzt. Also das hundertfache 1,25 Milliarden ist der Schaden bei Verurteilung, der auch wirklich verurteilt wird. Und der Gesamtschaden ist das hundertfache davon bei 125 Milliarden. Na klar, das muss man auch sagen, diese Zahlen betreffen nicht dasselbe Jahr, daher nicht exakt vergleichbar. Aber man kann grob davon ausgehen, dass nur circa ein Prozent der Schadenssumme, ein Prozent, ein Prozent wirklich wegen Steuerhinterziehung auch vor Gericht zu einer Verurteilung führt. Ein Prozent, da ist also viel nach oben und das ist ein nach wie vor massives Gerechtigkeitsproblem. Ja, und das ist eben nur die nationale Ebene. Auf globaler Ebene ist das Problem noch viel größer, denn die Verfolgung ist natürlich, wenn Ermittlungsbehörden aus verschiedenen Staaten zusammenarbeiten müssen, noch mal weitaus schwieriger. Und das ist vor allem eines dieser Themen, wo die Menschen sagen, wie soll man das je in den Griff bekommen, die geparkten Milliarden da auf den Cayman Islands, wie sollen Nationalstaaten da jemals was machen? Und wie gesagt, wir dachten auch, ja, ist ein Riesenproblem, aber vielleicht auch nicht wirklich in den Griff zu bekommen. Und dann kamen diese Woche doch ermutigende Nachrichten zur Lage der Steuergerechtigkeit. Denn ein Bericht von einem Team um den französischen Ökonomen Gabriel Sügman kommt zu einem erfreulichen Ergebnis. Denn er geht davon aus, die Wohlhabenden füllen ihre Steuererklärung immer ehrlicher aus. Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit hat den Bericht seines französischen Kollegen gelesen, hält ihn für belastbar und fasst eine wesentliche Erkenntnis so zusammen. Insbesondere internationale Vereinbarungen helfen demnach den Ermittlungsbehörden effektiver gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Die Steuerhinterziehung in internationalen Steueroasen hat sich in den letzten Jahren mehr als halbiert. Grund dafür ist, dass Banken seit 2017 automatisch Daten über Konteninhaber mit den Finanzbehörden aus deren Heimatländern teilen. Und anhand von solchen Daten der dänischen Steuerbehörden schätzt der Bericht jetzt zum ersten Mal die Entwicklung der Steuerhinterziehung als Reaktion auf diesen internationalen Informationsaustausch. Muss man sich vorstellen, dass in vielen Steueroasen mittlerweile dieser automatisierte Austausch funktioniert. Dass die einfach melden, hier der und der, die und die hat bei uns ein Konto. Da ist übrigens das und das drauf. Das könnt ihr mal versteuern. Tja, das Team um Südmann schätzt, dass dadurch bis zu zwei Drittel weniger Steuern hinterzogen werden als früher. Wobei man sagen muss, das ist ein Fortschritt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nach wie vor eine ganze Reihe an kreativen Schlupflöchern, wie man sein Vermögen vor den Behörden verstecken kann. Besonders in der Kritik stehen da Firmen, denen Immobilien gehören. Das heißt also, dann gibt es da dieses Haus in Berlin zum Beispiel. Das gehört aber nicht Personen, sondern es gehört irgendeiner Firma, irgendeiner Limited, die auf den Cayman Islands registriert ist. Und da weiß man dann nicht so richtig, wer steht eigentlich dahinter. Und das ist nach wie vor so ein Schlupfloch, wo viele sagen, da müsste man mal ran. In der Theorie gibt es ja inzwischen sogar erste Regelungen, wo tatsächlich geklärt werden soll, welche Personen hinter einer GmbH oder einer Limited stehen. Aber diese Transparenzregister funktionieren bisher leider nicht so richtig. Auch auf anderen Gebieten muss man ehrlicherweise sagen, geht es nicht so voran, wie viele das gerne hätten. Denn neben Steuerhinterziehung, also echtem Betrug zum Nachteil des Fiskus, gibt es ja auch das Problem der Steuervermeidung. Wo also Firmen, aber auch Privatleute versuchen durch kreative Buchungen quer über den Globus ihre Steuerlast zu minimieren. Die brechen damit nicht zwangsläufig Gesetze, aber es trägt eindeutig dazu bei, dass die Staaten weniger Steuern. Tja, und um das zu verhindern, wurde eigentlich im Jahr 2021 ein globaler Mindeststeuersatz auf Firmengewinne von 15 Prozent vereinbart. Vielleicht erinnert ihr euch, hatten wir damals auch in der Lage, diese globale Vereinbarung sollte eben die globalen Unternehmenssteuereinnahmen um 10 Prozent erhöhen. Dadurch sollten die Staatsfinanzen global entspannt werden. Olaf Scholz, heutiger Bundeskanzler, damaliger Bundesfinanzminister, wollte da ganz lange nicht mitmachen, hat sich dann aber letzten Endes auch zu einer Zustimmung bereit erklärt. So unter anderem konnte diese Vereinbarung getroffen werden. Aber Philipp, da klingt dieser Bericht doch vergleichsweise resigniert. Ja, die Idee war ja, dass es nicht hier da zwei Prozent, da drei Prozent, da 15 Prozent gibt, sondern global Mindeststeuer 15 Prozent. Und da sagt der Bericht, das hat nicht so richtig funktioniert, denn statt der Steuereinnahmen wächst eigentlich viel mehr die Anzahl und die Liste der Schlupflöcher in dieser Regelung. Und dadurch nehmen die Staaten nur halb so viel ein, wie zunächst erwartet. Vor diesem Hintergrund äußert sich Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerichtigkeit daher auch etwas enttäuscht. Die 2021 versprochene Steuerrevolution bei der Unternehmensbesteuerung lässt weiter auf sich warten und ist mittlerweile ganz massiv abgeschwächt. Die US-Konzerne, die großen Digitalkonzerne zahlen etwas mehr Steuern, haben einen kleinen Teil ihrer Steueroasengewinne zurückverschoben in die USA, aber zahlen nach wie vor kaum mehr Steuern als vorher. Und die neue Unternehmenssteuerreform der OECD, die Mindeststeuer, die jetzt 2023 in Deutschland umgesetzt wird und ab 2024 gelten soll, enthält so große Lücken, dass insgesamt weltweit 250 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen durch diese Lücken weiterhin verloren gehen. Und 250 Milliarden könnten sie mehr einnehmen insgesamt global, wenn sie diese Lücken schließen würden. Außerdem gelingt es sehr reichen Menschen immer noch, ihr Vermögen sogar praktisch steuerfrei zu halten. Ja, also nach Schätzungen haben MilliardärInnen weltweit effektive Steuersätze von 0 bis 0,5 Prozent ihres Vermögens, so die Studie. Wo gemerkt, nicht aufs Einkommen, sondern auf das Vermögen. Wobei man aber eben sehen muss, dass reiche Menschen ihr Geld häufig in Unternehmen parken, erklärt jedenfalls Julia Jiermann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Die sehr niedrigen Zahlen von 0 Prozent bis 0,5 Prozent, also die sind natürlich auch ein bisschen populistisch, weil man die Unternehmenssteuern schon mit angucken muss. Das heißt, diese Unternehmen, in denen das Geld geparkt wird, zahlen auch Unternehmenssteuern. Das müsste man im Grunde dazu rechnen. Das heißt, die 0 bis 0,5 Prozent der Steuern auf das Vermögen sind nicht das ganze Bild. Aber gleichwohl sind eben diese Möglichkeiten, Geld in Unternehmen zu parken, ein weiteres Schlupfloch, das eben sehr effektiv genutzt wird. Die Autorinnen und Autoren der französischen Studie, also das Team von Sügmann und seinen Leuten, schlagen daher eine Reihe von Maßnahmen vor, um die Steuergerechtigkeit zu verbessern. Und zwei Maßnahmen sind ihnen ganz besonders wichtig. Ja, die eine ist eine weltweite jährliche Mindeststeuer für Milliardäre und Milliardärinnen in Höhe von zwei Prozent ihres Vermögens. Nicht Einkommen, Vermögen. Zwei Prozent jedes Jahr. Und zwar nicht Millionäre, Multimillionäre, Milliardäre. Die Studie berechnet, dass eine solche Mindeststeuer jährlich fast 250 Milliarden Dollar einbringen könnte. Zahlen müssten diese weniger als 3.000 superreiche Personen. Weniger als 3.000 Personen würden von so einer zwei Prozent Vermögensteuer weltweit betroffen. Eine solche Vermögensteuer sieht auch Julia Irmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit als einzige Chance gegen die wachsende Ungerechtigkeit. Und sie hält die Belastung der Superreichen auch für vertretbar bis gering. Anders als mit einer Vermögenssteuer kommt man diesem Problem, also dem immer weiter auseinanderdriften von Reich und Arm. Und dass wir das noch mit niedrigeren Steuersätzen weiter antreiben, kommt man ohne eine Vermögenssteuer so sehr wahrscheinlich nicht gegen an. Aber man muss auch sagen, dass bei zwei Prozent Steuern für die Milliardäre, schlägt das der Report vor, natürlich auch nicht das Vermögen abgebaut wird, sondern nur das Wachstum verlangsamt wird. Also das klingt in einigen Kreisen wahrscheinlich radikal, ein Vermögensersatz von zwei Prozent. Aber gerade bei den Milliardenvermögen würde man da nur für ein langsameres Wachstum sorgen. Tja, warum? Ganz einfach. Zwei Prozent Rendite sind bei großen Vermögen immer drin. Ja, das heißt also, wenn man zwei Prozent abgeben muss, aber zugleich zwei Prozent Gewinn macht, dann landet man bei null. Und man kann sogar eher davon ausgehen, dass gerade bei großen Vermögen und dementsprechend besonders interessanten Anlagemöglichkeiten, die Rendite sogar weit über zwei Prozent liegt. Das heißt also, diese Superreichen würden dann trotzdem noch Jahr für Jahr reicher, würden aber immerhin einen gewissen Beitrag zum Gemeinwesen leisten, diese 250 Milliarden Dollar. Und damit könnte also eine Vermögenssteuer aus den Erträgen finanziert werden. Aber damit eine Vermögenssteuer funktioniert, müsste man natürlich zunächst einmal wissen, welche Personen eigentlich welches Vermögen besitzen, erklärt Julia Jiermann. Und dafür schlägt der Report dann auch ein Vermögensregister vor, was absolut sinnvoll ist und was wir auch bei unseren aktuellen Analysen auf Deutschland übertragen können. Also wir wissen im Prinzip nicht, wer wie viel besitzt und in demzufolge kann man auch nicht ganz genau abschätzen, wie viel denn so eine Vermögenssteuer erbringen würde. Man kann vielleicht zu Untergrenzen festlegen. Tja, Vermögenssteuer ist das eine. Das, was Sie vorschlagen für Milliardäre. Ja, zwei Prozent. Und da ist eben dieses Vermögensregister tatsächlich ganz wichtig. Das haben wir auch, fällt mir gerade ein, bei den Recherchen zu unserem Buch gemerkt. Wir haben zwar ganz viel geschrieben über die ungerechte Vermögensverteilung, aber alle diese Studien, die dieses Auseinanderdriften von Arm und Reich nachweisen, arbeiten letzten Endes mit Schätzungen. Warum ist es so? Weil eben in Deutschland seit den späten 90er Jahren keine Vermögenssteuer mehr erhoben wird. Und dementsprechend muss auch in Deutschland niemand mehr eine Steuererklärung abgeben, in der er sein Vermögen beziffert. Deswegen weiß man das gar nicht. Und die Vermutung ist sogar, dass jedenfalls für Deutschland die Akkumulation des Reichtums eher noch unterschätzt wird. Weil bei repräsentativen Umfragen eben häufig keine reichen Menschen dabei sind, weil es so wenige sind. Also Vermögenssteuer für Milliardäre zwei Prozent, das ist die eine Maßnahme, die der Report vorschlägt, um mehr Steuereinnahmen für die Welt, für die Nationalstaaten zu generieren. Die zweite Maßnahme, die der Report vorschlägt, wäre eine verschärfte globale Mindeststeuer für multinationale Unternehmen. Und zwar diesmal ohne Schlupflöcher. Also diese Idee, Mindeststeuer für Unternehmen, die gibt es. Aber es gibt einfach zu viele Schlupflöcher, sodass eben 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr nicht eingenommen werden, die eingenommen werden könnten, wenn es diese Schlupflöcher denn nicht gäbe. So und jüngste Studien, die schätzen, dass Entwicklungsländer jährlich 500 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen öffentlichen Einnahmen benötigen, um Herausforderungen zum Beispiel des Klimawandels zu bewältigen. Und diesen Bedarf könnte man somit durch diese beiden wichtigen Reformen laut dem Bericht vollständig decken. Es hatte ich sehr die Frage, ob tatsächlich die Weltgemeinschaft sich bereit findet, die kompletten Erträge aus diesen Steuern dann wirklich in Entwicklungsländer zu überweisen. Aber es jedenfalls macht diese Zahl 500 Milliarden US-Dollar mögliche Einnahme. Und 500 Milliarden Dollar sind etwa das, was die Entwicklungsländer brauchen. Macht so ein bisschen deutlich, was man einfach an Potenzial verschenkt. Dadurch, dass die internationale Gemeinschaft bislang nicht in der Lage ist, dafür eine effektive Besteuerung zu sorgen. Ja, ich finde aber interessant, dass es Schlupflöcher gibt, heißt ja, man kann sie auch schließen. Und dass es Schlupflöcher gibt, heißt, dass es im Prinzip möglich ist, ein globales Regime einzuführen, was dazu führt, dass Unternehmen überall auf dem Globus eine Mindeststeuer zahlen. Und auch wenn es noch Schlupflöcher gibt, finde ich das erstmal schon eine ermutigende Erkenntnis, dass man schon mal so weit gekommen ist. Jetzt hat man dieses Regime, jetzt muss man halt die Schlupflöcher noch steuern. Also so kann man das sehen, das Glas ist quasi halb voll. Dann gibt es diese Vereinbarung Steuersatz und jetzt müssen wir an die Hintertüren ran. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, Menschen, die sehr viel Geld haben, haben natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, das irgendwie kreativ hin und her zu buchen. Und insofern würde ich sagen, das wird noch ein langes Haso-Digel-Spiel, bis das wirklich mal funktioniert. Aber die grundsätzliche Bereitschaft auf der internationalen Ebene kann man schon feststellen seit 2021. Und das ist eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite, international ist nice, aber vielleicht noch so ein bisschen einfacher, wäre ja grundsätzlich eine effektive Besteuerung des Vermögens in Deutschland. Eine Vermögenssteuer ist ja offiziell sogar im Programm sowohl der SPD als auch der Grünen und natürlich der Linkspartei enthalten. Interessanterweise, Philipp, redet aber im öffentlichen Diskurs praktisch niemand von einer Vermögenssteuer. Nein, die FDP macht da natürlich offensichtlich nicht mit oder würde nicht mitmachen, haben wir auch im Interview mit Christian Lindner festgestellt. Da gibt es Vorbehalte. Aus der SPD hören wir dann, oh, bloß die FDP nicht ärgern mit dem Thema. Also halten wir das mal unter dem Deckel oder präsentieren das jetzt zumindest nicht so als das Thema, an das wir mal ran müssten. Ja, das finde ich total interessant, dass man also in einer Koalition, wo ja, wie soll ich sagen, die FDP durchaus Wege findet, sich zu profilieren, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass da nicht auch die SPD aus ihrer Sicht sagt oder wenigstens die Partei, wenn schon die Bundestagsfraktion sagt, wir müssen hier mal so ein bisschen auf gute Laune achten, dass nicht wenigstens aus der Partei lautere Stimmen kommen. Denn das wäre ja tatsächlich etwas, womit man die FDP in die Defensive bringen könnte und auch die Union. Wenn man jetzt sagt, wir wollen zum Beispiel jetzt auf Deutschland bezogen nur die Superreichen besteuern, die vielleicht ein Vermögen von mehr als zwei Millionen Euro ja eigen nennen und die müssen dann vielleicht ein, zwei Prozent pro Jahr abgeben. Das wären genau die Einnahmen, die jetzt im Bundeshaushalt an allen Ecken und Enden fehlen. Also das finde ich schon interessant, dass sich die SPD da nicht mehr profiliert. Also man könnte es polemisch nennen, Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Denn die Leute sehen ja offensichtlich momentan nicht, wofür man SPD wählt. Die steht in Umfrageergebnissen um die 15 Prozent. Und ich finde es interessant, einfach so quasi als politischer Beobachter finde ich es interessant, dass man noch nicht mal versucht, an dieser Stelle eigene Themen zu setzen. Ja, aber warten wir mal ab, wie das jetzt verläuft. Also die Grüne Jugend hat ja jetzt einen neuen Vorstand, der auch mehr Wert auf Verteilungsfragen legen will. Da sicherlich auch Druck auf die Bundespartei machen wird. Die Linkspartei stellt sich völlig neu auf, haben ganz viele neue Eintritte, sehen eine Riesenchance, sich da neu aufzustellen und anders zu profilieren. Und vielleicht ist ja die Vermögenssteuer gerade eine Chance, sich da auch als soziale Alternative zur Ampel zu profilieren. Eine andere gute Nachricht ist uns in dieser Woche aufgefallen. Ja, es gibt sie auch noch, die guten Nachrichten. Das BMJ, das Bundesministerium der Justiz, verschickte nämlich kürzlich einen Gesetzentwurf zur weiteren Digitalisierung der Justiz. Das ist als solches schon eine gute Nachricht. Allerdings enthält dieses Gesetz eine Vielzahl unübersichtlicher Einzelregelungen. Änderungen in fast 40 Gesetzen und Verordnungen sind da vorgesehen. Der Gesetzentwurf ist eigentlich fast unlesbar. Aber die gute Nachricht ist, es ist eine Synopse dabei. Also Synopse bedeutet, das ist der Text, wie er jetzt ist, das ist der Text daneben, wie er denn mal sein soll. Man kann den vollständigen Text entsprechend lesen und verstehen. Jeder sieht bei der ersten Lektüre, was sich ändert, was ist neu, welche Gesetze ergeben sich, wenn denn diese ganzen Änderungen angenommen werden. Das macht eigentlich eine Bewertung eines neuen Gesetzes erst überhaupt möglich. Haben wir schon oft drüber geredet. Und da kann man sagen, sehr gut, das ist auch ein Versprechen, was sie umsetzen aus dem Koalitionsvertrag. Glas halb voll, halb leer. Man könnte sagen, hat eine Weile gedauert, aber gut, dass sie da jetzt mal mit anfangen. Genau, und man muss natürlich sehen, das machen jetzt noch nicht alle Häuser so. Wir haben mal das BMJ gefragt, warum sie das denn jetzt machen. Und da schreibt uns ein Mitarbeiter der Hausleitung freundlicherweise, nicht nur die Pressestelle. Das Bundesministerium der Justiz hat in diesem Jahr begonnen, Synopsen für sämtliche das Bestandsrecht ändernde Regelungsentwürfe in seiner federführenden Zuständigkeit zu erstellen. Dadurch sollen beabsichtigte Rechtsänderungen verständlicher dargestellt und der Diskurs hierüber erleichtert werden. Ja, das wird gelingen, denke ich mal. Das finden wir super. Das ist gut, aber es fehlt natürlich noch die Änderung der gemeinsamen Geschäftsführung der Bundesregierung. Denn es ist ja nicht nur, dass Bundesministerium der Justiz was Gesetze macht, sondern auch noch eine ganze Menge anderer. Und da schreibt das BMJ uns, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung der Synopsen enthält die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien bisher nicht. Mit der Veröffentlichung der Bestandsrechts-Synopsen leistet das Bundesministerium der Justiz einen wichtigen Beitrag zur besseren Rechtsetzung. Also das kann man sagen, da sehen die sich durchaus auch als Vorbild für die anderen Ministerien. Aber damit die anderen Ministerien dazu auch wirklich verpflichtet werden, müsste halt diese Geschäftsordnung geändert werden. Ist jetzt aber auch kein Voodoo, das zu machen. Ist kein Voodoo, müsste man mal reinschreiben. Der Bundestag hat es ja vorgemacht. Also in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages steht für Gesetzentwürfe aus der Mitte des Bundestages jetzt schon eine Verpflichtung drin. Jedenfalls eine Sollregelung, da sollen Synopsen dabei sein. Aber das muss jetzt eben verpflichtend werden. Das muss noch in diese GGO, in die Geschäftsordnung der Bundesregierung rein, damit eben alle Änderungsgesetzentwürfe solche Synopsen enthalten. Denn wie das BMJ jetzt auch völlig richtig schreibt, Synopsen bedeuten, Rechtsänderungen werden verständlicher dargestellt und der Diskurs hierüber erleichtert. Und genau davon lebt ja eine Demokratie, dass man da nichts durch den Bundestag durchschummelt, sondern dass man einen Diskurs ermöglicht, dass man darüber redet und dann eine informierte Entscheidung trifft. Am Montag wird sich mal wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz zusammenfinden, in der natürlich auch Ministerpräsidentinnen zugegen sind. Ein großes Thema wird sein, die Migration nach Deutschland. Und da werden aktuell diverse sinnvolle und weniger sinnvolle Ideen durch den öffentlichen Raum geworfen. Da kümmern wir uns im Detail dann nächste Woche drum. Ein Problem dieser Ministerpräsidentenkonferenz und der Kommunen ist aber natürlich knapper Wohnraum. Ja, der ist knapp. Es fehlen hunderttausende Wohnungen, vor allem billiger Wohnungen. Das ist nicht wegen der Migration, aber natürlich macht Zuwanderung die Situation am Wohnungsmarkt jetzt auch nicht leichter. Allen ist klar, da muss dringend was passieren. Dementsprechend steht das ja auch im Koalitionsvertrag. Die haben gesagt, 400.000 Wohnungen wollen wir jedes Jahr bauen oder zumindest anregen, dass das gebaut wird. Da hat Clara Geiwitz, die Bauministerin, jetzt mehrmals eingeräumt. Das wird nicht passieren, das weiß auch jeder und jede. Vermutlich landen wir dieses Jahr nicht mal bei der Hälfte. Das wären also 200.000 Wohnungen, ich glaube 700.000 braucht man eigentlich. Also da sind wir weit von weg, mit Neubau den Bedarf zu decken. Ja genau, das ist jetzt nicht allein die Verantwortung der Bundesregierung. Da wird zwar gesagt, naja, die Bauen ist zu teuer, zu kompliziert. Aber es liegt ganz wesentlich daran, dass das Zinsniveau so explodiert ist. Vor ein paar Jahren konnte man sich für etwa ein Prozent einen Baukredit geben lassen. Inzwischen zahlt man um die vier Prozent teilweise noch mehr. Damit haben sich die Finanzierungskosten vervierfacht, mal abgesehen vom Eigenkapital. Und das macht es für ganz viele Menschen einfach unmöglich, überhaupt zu bauen. Das macht es auch für Unternehmen viel, viel teurer. Und insofern ist dieses Neubauziel nicht zu erreichen. Und umso mehr rücken nun Alternativen zum Neubau in den Blick. Also wenn nicht so viel gebaut wird, wenn auch nicht so richtig gebaut werden kann aus Kostengründen, dann stellt sich halt die Frage, wie kann man denn im Bestand dafür sorgen, dass Menschen leichter eine Wohnung finden? Ja, eine Möglichkeit, wie immer, nicht die allein heilbringende, aber eine Möglichkeit, die vielleicht auch ein bisschen unterbelichtet ist, ist eine bessere Verteilung des bestehenden Wohnraums. Also schaut man sich das mal genauer an, dann werden Wohnungen oft nicht sehr effizient genutzt. Der Klassiker ist, eine Familie hat vor 20, 30 Jahren Fünf-Zimmer-Wohnung gemietet. So, alter Mietvertrag, heute noch super billig, dann ziehen aber die Kinder aus. Die Wohnung ist dann viel zu groß für die Eltern oder gar einen verwitweten Elternteil nur. Aber ein Umzug, speziell so zum Beispiel in Berlin, würde bedeuten, ja, man kriegt dann irgendwie eine kleinere Wohnung, aber zahlt unter Umständen die doppelte Miete oder noch mehr. Ja, wenn man denn überhaupt eine Wohnung findet. Also ein Umzug aus einer größeren Wohnung, die eigentlich viel zu groß ist, ist ganz oft mega unattraktiv. Zugleich sitzen Paare mit zwei Kindern in zwei, drei Zimmern und suchen dringend, um nicht zu sagen verzweifelt, eine größere Wohnung, die aber eben kaum zu bekommen ist. Zum einen aus Kostengründen, zum anderen, weil sie eben auch einfach selten sind und wenn, dann voll. Und da kam so die Idee auf, ideal wäre es doch eigentlich, wenn Senioren und junge Paare ihre Wohnung einfach tauschen können. Ja, und zwar ohne, dass die Miete sich ändert. Das ist das Entscheidende. Natürlich können die kündigen und neu mieten und so. Und man tauscht das dann irgendwie. Aber der Witz wäre ja hier, dass man tauscht und quasi nur die Namen in den Mietverträgen austauscht. Alles bleibt gleich, die Miete bleibt gleich. Aber die, die eine kleine Wohnung brauchen, haben eine kleine. Und die, die vor allem eine große Wohnung brauchen, haben jetzt eine große zu einer vertretbaren Miete. Aber das ist in der Praxis nicht so einfach. Genau, denn die Mieten steigen rasant. Wir haben es gesagt, deswegen haben natürlich Vermieterinnen überhaupt kein Interesse an so einem Tausch. Für Vermieterinnen ist es viel günstiger, wenn die Leute einfach kündigen und sie dann als Vermieterin einen neuen Vertrag für 30, 50 oder 100 Prozent mehr Miete abschließen können. Das führt eben zu einer sogenannten Fehlallokation von Wohnraum. Also der vorhandene Wohnraum ist vergleichsweise schlecht verteilt, weil relativ viele Menschen in viel zu großen Wohnungen sitzen, während andere Menschen keine Wohnung finden, insbesondere keine großen Wohnungen. Und dieses Thema der sogenannten Fehlallokation, also der falschen Zuordnung von Wohnraum, möchte die Linkspartei angehen. Sie hat dazu vor ein paar Wochen in den Bundestag einen Antrag eingebracht, mit dem sie dafür sorgen möchte, dass ein Recht auf einen Wohnungstausch eingeführt wird. So, Karen Leif von der Linksfraktion hat den Vorschlag so begründet. Jeder Zehnte in Deutschland lebt in viel zu kleinen Wohnungen und sechs Prozent in sehr großzügigen. Wenn nur ein Bruchteil bereit wäre, freiwillig die Wohnung zu tauschen zu den günstigen Bedingungen, dann wäre schon tausenden Mietern und Mieterinnen geholfen. Die Idee, glaube ich, stammt aus Österreich. Genau, da gibt es seit 1981 ein entsprechendes Gesetz. Da können also Mieter einen Tauschvertrag schließen. Ein Mieter schließt den Tauschvertrag mit einem anderen Mieter. Und die Vermieter müssen diesem Wohnungstausch zustimmen. Da können also die Mieter sich einigen. Und dann bekommen die Vermieter eben den jeweils anderen Mieter in ihre Wohnung. Tja, also was ist davon zu halten? Einerseits gibt es natürlich die Vertragsfreiheit der Vermieter. Die können sich also aussuchen, mit wem sie nun einen Vertrag machen und mit wem nicht. Auch grundrechtlich ist das ja geschützt. Das bedeutet, man kann sich seine Vertragspartei aussuchen. Das heißt, man muss die Möglichkeit haben, zu sagen nein. Und da dann zu sagen, das sind übrigens deine neuen Mieter. Bitte tausch mal die Namen in dem Vertrag aus, ist schwierig. Genau, das Interesse, muss man sagen, wiegt aber unterschiedlich schwer. Also wenn man jetzt ein Einfamilienhaus hat mit einer kleinen Einliegerwohnung, sodass man als Vermieter mit der Mieterin ganz eng zusammenlebt. Da muss man ganz ehrlich sagen, dann finde ich das schon sehr schwierig. Denn dann ist es ja auch eine Frage des persönlichen Zusammenlebens. Also da jemanden quasi ins eigene Nest gesetzt zu bekommen, fände ich schwierig. Auf der anderen Seite, Philipp, gibt es natürlich auch institutionelle Vermieter. Also zum Beispiel große Wohnungsbaugesellschaften, wo doch jedenfalls diese persönliche Komponente, mit wem wohne ich da zusammen, nicht so eine Rolle spielt. Einfach weil die so eine Gesellschaft ja nirgendwo wohnt. Das ist richtig. Aber natürlich haben die schon ein Interesse daran, wer bei ihnen wohnt. Denn wenn du einmal einen Mietnomaden oder eine Mietnomaden hattest, dann weißt du sehr genau, wie wichtig es ist zu prüfen, wer da bei dir einzieht. Also das ist völlig klar. Ich denke auch, wenn man ein solches Recht einführen möchte, dann muss es auch die Möglichkeit geben, für beide Vermieter, die da ja jetzt quasi jemand Neues ins Haus bekommen sollen, die Unterlagen zu checken. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch besonders zuverlässige Leute bekommen. Wenn man halt zum Beispiel sagt, naja, da muss also zum Beispiel eine Bescheinigung vorgelegt werden, dass eben seit Längerem keine Mietschulden bestehen, dann bekommst du ja auch quasi getestete und für nett befundene Mieter. Ja, richtig. Aber trotzdem kann ich Vermieter, Vermieterinnen verstehen, die sagen, ja, das mag ja alles sein. Aber das will ich selber machen. Ich will mir da niemanden reindrücken lassen, sei der auch noch so toll von irgendjemandem zertifiziert. Ich will selber wissen, wer in meine Wohnung einzigert. Punkt, Ende, aus. Das kann man, das kann, also bei persönlichen Vermietern finde ich das auch nachvollziehbar. Also aber bei so einer Wohnungsbaugesellschaft, ehrlich gesagt. Aber man muss halt einfach sagen, das ist ein ganz klassischer Fall so einer Grundrechtsabwägung. Natürlich, Vertragsfreiheit haben wir gesagt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, gibt es natürlich auch ein Recht auf Wohnen. Das ist also ein existenzielles Bedürfnis. Du kannst halt nicht oder die meisten Menschen wollen halt nicht unter der Brücke schlafen. Und wer schon mal mit zwei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gehaust hat, der kann sich das, glaube ich, bildhaft vorstellen, wie furchtbar das ist. Also da würde ich ganz ehrlich sagen, das Interesse einer Wohnungsbaugesellschaft, ich will aber mir meine Leute aussuchen, tritt da aus meiner Sicht doch sozialpolitisch deutlich zurück, hinter dem Interesse, nicht eben in einer völlig überfüllten Wohnung zu leben. Also da würde ich mal sagen, verfassungsrechtlich wäre das ziemlich eindeutig möglich. Es muss aber natürlich auch politisch gewollt sein. Und eine gewisse Skepsis, ehrlich gesagt, sieht man da in dem Statement von Bernhard Dalldruck von der SPD. Ja, der befürchtet, dass sozialer Druck entstehen könnte auf meist ja alte Menschen in großen Wohnungen, in zu großen Wohnungen. So nach dem Motto, was wohnst du da in deiner 100-Quadratmeter-Wohnung mit vier Zimmern? Mach mal einen Tausch. Geh mal raus, geht doch jetzt. Irgendwie wir tauschen, du gehst in unsere, wir gehen in deine, alles bleibt beim Gleichen. Du zahlst sogar wahrscheinlich ein bisschen weniger Miete. Nun mach mal. Und dann sagen die Alten, ja, aber hier bin ich aufgewachsen, hier wohne ich seit 50 Jahren, ich will hier nicht weg. Außerdem kann ich mir diese große Wohnung leisten und irgendwie finde ich sie auch ganz geil. Ja, also muss man halt sehen, natürlich wollen die Linken keinen Zwang zum Wohnungstausch einführen, sondern nur ein Recht dazu. Auf der anderen Seite muss man sehen, bisherige Tauschbörsen gibt es ja schon, also quasi, wo dann die Vermieter natürlich zustimmen müssten. Aber grundsätzlich gibt es schon Tauschbörsen. Da ist allerdings ganz wenig los, behauptet Herr Dalldruck. Und deswegen sagt er, was die SPD ja fast immer sagt, bauen, bauen, bauen. Wo wir dann wiederum in der Lage schon öfter analysiert haben, was uns auch eben da Leute aus der Bauwirtschaft sagen. Na ja, bauen ist halt nicht ganz einfach, insbesondere nicht billiges Bauen. Aber das sagt ja Karen Lay auch. Dieser Vorschlag wird das Wohnungsproblem in Deutschland nicht lösen. Das ist allenfalls ein Element in dieser ganzen wohnungspolitischen Debatte, was Wohnraum etwas günstiger zuweisen und allokieren kann. Auch wenn es das Grundproblem wahrscheinlich alleine natürlich nicht lösen wird, ist es trotzdem ein interessanter Vorschlag. Aber die Linkspartei lässt trotzdem einen interessanten Punkt aus. Nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Vermieter nicht zustimmen? Denn man muss sie ja fragen, oder? Also sagen wir mal so, die Idee aus Österreich ist ja, dass die Mieter sagen, wir haben jetzt einen Tausch vereinbart und dann müssen die Vermieter zustimmen. Aber die praktisch relevanteste Frage ist ja, was passiert denn, wenn die Vermieter das jetzt nicht wollen? Dann müssten die Mieter ihre Vermieter verklagen. Also für den Fall, dass es nicht ist wie in Österreich, sondern in Deutschland. Also angenommen, wir würden den Tausch etablieren, aber mit so einem Vermietervorbehalt, dass der Vermieter sagen kann, nee, doch nicht. Ja, genau. Dann müssten die Mieter verklagen. Dann müssten die Mieter ihre Vermieter verklagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich für eine ganz blöde Idee, denn so eine Klage vergiftet ja jedes Mietverhältnis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als Mieter immer alles getan, um nicht zu klagen. Ich habe glaube ich auch noch nie einen Vermieter verklagt, sondern immer irgendwie eine gütliche Einigung gefunden. Denn sonst ist einfach Krieg. Wenn man erst mal sich vor Gericht sieht, dann ist einfach Ende Gelände. Und deswegen würde ich sagen, da sollte das BMJ ganz schnell einen Gesetzentwurf vorlegen, um mal so einen Wohnungstausch zu skizzieren. Aber eben mit der entscheidenden Idee aus Österreich, die die Linkspartei übersehen hat oder jedenfalls nicht aufgenommen hat. In Österreich nämlich kann die zuständige Sozialbehörde die Zustimmung der Vermieter ersetzen. Das bedeutet mit anderen Worten, dort müssen die Mieter nicht klagen, sondern da müssen sich die Mieter der beiden Wohnungen einigen. Dann gehen sie zu ihren Vermietern. Und wenn ein Vermieter das nicht will, dann können sie einfach zur Behörde gehen und sagen, ersetzt mal die Zustimmung des Vermieters. Die Vermieter werden trotzdem nicht begeistert sein, wenn sie nicht zugestimmt haben. Aber es ist natürlich viel weniger konfliktrechtig, wenn eine Behörde reingegrätscht hat und gesagt hat, lieber Vermieter, tut uns furchtbar leid. Aber da gibt es einfach objektiv keinen Grund. Beide Mieter zahlen brav ihre Mieter. Da hast du jetzt echt kein Interesse, das wir hier für schützenswert halten. Das ist natürlich viel weniger konfliktrechtig, als wenn man gegen seinen Vermieter jahrelang da irgendwie einen Rechtsstreit führen muss. Das ist also die Idee der Linken. Das hat jetzt, wenn man ehrlich ist, nicht so wirklich eine Aussicht auf Umsetzung relativ zeitnah. Trotzdem gibt es bei diesem Thema bessere Zuteilung, bessere Nutzung, effektivere Nutzung von Wohnraum in Deutschland. doch einen manifesten Fortschritt zu verzeichnen, der auch schon gilt. Und das hängt zusammen mit einem interessanten Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13. September dieses Jahres. Und da geht es um eine leichtere Untervermietung von Räumen. Genau, der Bundesgerichtshof hat nämlich ausdrücklich ausgesprochen, dass auch Einzimmerwohnungen untervermietet werden können. Bislang ist ja immer so ein bisschen die Idee, man hat eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung, ein Zimmer behält der Obermieter, die anderen Zimmer werden untervermietet. Der BGH schreibt jetzt aber, das muss man gar nicht. Man kann auch Einzimmerwohnungen grundsätzlich untervermieten. Der BGH schreibt, wir haben ja in der Vergangenheit bereits zu Wohnungen mit mehreren Zimmern entschieden, dass das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, das so die Spielregeln für Mietverhältnisse aufstellt, keine Vorgaben enthält zu zwei Fragen. Nämlich zum einen, welchen Anteil des Wohnraums der Obermieter für sich behalten muss und wie der Obermieter die Wohnung weiter nutzt. Mit anderen Worten, man muss sich nicht Einzimmer reservieren. Man muss auch nicht mindestens einmal pro Woche vorbeischauen. Das ist alles nicht nötig. Es reicht, wenn der Obermieter den Zugriff auf seinen Wohnraum nicht vollständig aufgibt. Das heißt also, er muss ein paar persönliche Gegenstände zurücklassen und er muss einen Schlüssel von der untervermieteten Wohnung behalten. Und dann darf er diese Wohnung untervermieten? Dann ist es eine Untervermietung. Dann ist es eine Untervermietung. Und es war aber so ein bisschen offen, wie ist denn das bei Einzimmerwohnungen? Genau, weil man da ja schlechter definieren kann, was ist jetzt weitergegeben und was nicht. Und der BGH hat jetzt eben ausdrücklich auch für Einzimmerwohnungen bestätigt, es kann ein Anspruch des Mieters, also des Obermieters, gegen seinen eigenen Vermieter auf Gestattung der Untervermietung grundsätzlich auch bei einer Einzimmerwohnung gegeben sein. Auch die Mieter einer Einzimmerwohnung kann es nämlich insbesondere, wenn er befristet nicht am Ort ist, darum gehen, sich seinen Wohnraum zu erhalten. So, das heißt, für alle Wohnungen, auch welche mit einem Zimmer, aber natürlich auch welche mit mehreren Zimmern, gibt es einen Anspruch auf Untervermietung. Wenn ich so ein Ding gemietet habe, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass ich diese Wohnung, und zwar auch, wenn sie nur ein Zimmer hat, untervermieten darf. Ich brauche eine Genehmigung meines Vermieters, aber ich habe auch einen Anspruch darauf, diese Genehmigung zu bekommen. Genau, also normalerweise sollte man seinen Vermieter natürlich fragen. Auf der anderen Seite, wenn man fragt und der Vermieter sagt einfach nein, heißt das noch lange nicht, dass man nicht untervermieten kann. Denn ein Vermieter kann eine Mietvertragskündigung nicht auf den bloßen Vormangel der fehlenden Erlaubnis stützen. Das heißt also, wenn man rechtzeitig die Genehmigung verlangt, der Vermieter die aber rechtswidrig verweigert, dann kann er deswegen alleine nicht kündigen, vorausgesetzt, der Mieter hatte eine Anspruch auf Genehmigung. Der Mieter trägt aber das Risiko, dass der Vermieter die Genehmigung zu Recht verweigert hat. Das ist so ein bisschen das Gefährliche. Also wenn man das okay nicht bekommt. Man untervermietet trotzdem. Der Vermieter kündigt einem dann wegen unerlaubter Untervermietung. Dann kommt es in diesem Rechtsstreit, der dann vielleicht entsteht, auf die Frage an, ob man eigentlich ein Recht hatte auf die Untervermietung, ja oder nein. Also es ist für Vermieter zwar ganz schwierig, das zu verweigern. Aber wenn man da quasi pokert und sagt, ich vermiete jetzt einfach ohne Genehmigung unter, dann kann es schon sein, dass man deswegen dann gekündigt wird. Das ist aber schwieriger geworden. Also durch diese BGH-Entscheidung ist noch mal ganz deutlich geworden, in aller aller Regel hat man einen Anspruch auf Untervermietung, selbst wenn es eine Einzimmerwohnung ist. Und man muss nicht sich einen Teil der Wohnung zurückbehalten. Es gibt auch keine Verpflichtung, da so und so oft vorbeizuschauen. Solange man nicht quasi alles an dieser Wohnung aufgegeben hat, alle Schlüssel abgegeben hat, nichts mehr in der Wohnung hat, solange ist das noch eine Untervermietung im Sinne des Gesetzes. Und auch das hilft natürlich dabei, Fehlallokationen von Wohnraum zu vermeiden. Da kann man dann zum Beispiel auch eine große Wohnung untervermieten und stattdessen eine kleinere ziehen oder andersrum, wenn man das will. Oder zum Beispiel der Klassiker, ein Paar zieht zusammen, möchte aber erst mal schauen, ob das so funktioniert. Dann kann man in Zukunft leichter die eine Wohnung, in der man jetzt nicht zusammen wohnt, erst mal untervermieten, um zu schauen, ob das mit dem Zusammenwohnen funktioniert. Der ARD-Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, geht weiter mit der zweiten Staffel. Darin geht es um konkrete, wahre Fälle von internationalen Geheimdiensten. Tief recherchiert, spannend erzählt und professionell produziert. Moderatorin Eva-Maria Lemke führt durch bekannte und unbekannte Fälle von CIA, FSB, Mossad und Co. Zu jeder Episode gibt es eine begleitende Interview-Folge mit den Geheimdienstexperten der ARD. Sie geben Einblicke in eine Welt, die uns eigentlich verborgen sein sollte. Dark Matters hört ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch neu mit einer Doppelfolge. Das war sie, die Lage der Nation von dieser Woche. Die Lage ist ausführlich und abschließend erörtert, wie ihr das gewohnt seid. Wir danken für euer Interesse. Wir danken für euer Vertrauen und eure Geduld. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch die Lage gefällt, wenn ihr dann ein paar freundliche Sätze in der App eures Vertrauens schreibt. Es gibt natürlich da immer einzelne Leute, die uns irgendwas vorwerfen, teilweise auch sehr in unschönen Worten. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr ein paar nette Worte in der App eures Vertrauens schreibt. Dann hören wir uns wieder, wenn ihr mögt, nächste Woche. Und wir sagen, gehabt euch wohl. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.